Hare Krishna hara, Hare, 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 Hare. So, schönen Abend. Hare Krishna, herzlich willkommen zu einem wunderbaren Livestream, heute hier aus Simhajalam. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, einen sonnigen Sonntag. Bei uns ist es nicht sonnig, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Genau das Gegenteil von dem, was man klimawandelbedingt erwartet. Hare Krishna, jeden Sonntag, 17 Uhr, live hier aus meinem Studio, begrüße ich euch. Und heute wieder mit einem super spannenden, coolen Thema. Es geht um die Illusion, die in den Veden beschrieben wird als Maya. Und was das ist und wie die funktioniert und letztendlich, wie wir damit umgehen können oder wie wir sie sogar überwinden können. Ja, so, es wird sicherlich eine spannende Sendung, auf die ich mich sehr freue. Spannendes Thema. So, genau. Wer noch nicht abonniert hat, bitte abonnieren. Magisch klicken. Und auf jeden Fall, danke, danke, danke vielmals an alle Devotees, alle Freunde, alle Abonnenten, alle Zuseher, die mich nun schon seit Jahren unterstützen. Wir haben vor ein paar Tagen die 10.000 Abonnenten geknackt. Und ich hoffe, dass heute, das ist ein historisches Video, auf das wir dann nicht unbedingt lächelnd zurückblicken, aber schon zurückblicken und denken, hm, ja, das war auch schön, aber jetzt haben wir 100.000. So, habe ich eigentlich die Mission gehabt, 10.000 Abonnenten, das war mein Ziel, als ich mit der ganzen Sache hier begonnen habe, aber, naja, schon erreicht und hat zwar acht Jahre gedauert und bin eigentlich auch zufrieden, aber denke, da kommt sicher noch mehr. Aber dennoch, ich will ja nicht nur an die Zahlen denken, eigentlich, worum geht es? Es geht ja darum, dass ich selbst Krishna Bewusstsein erlebe und dass ich es weitergeben kann. Darum geht es wirklich. Alles andere sollen nur Indikatoren sein für genau diese Sache. Krishna Bewusstsein, spirituelles Bewusstsein und eben ein von der Illusion freies Bewusstsein. Das wollen wir haben. Und darum geht es auch heute. So, lasst uns gleich mit dem heutigen Thema beginnen. Ich habe wieder einiges für euch vorbereitet. Und ja, wenn ihr Fragen habt am Ende der Sendung, also wenn ich meine kleine Präsentation durchhabe, dann schaue ich mir auch eure Fragen an. Aber dennoch könnt ihr ruhig hier posten, schreiben, in den Chat schreiben. Das ist natürlich auch gut für die ganze Sendung. Gut, Hare Krishna. Dann starten wir doch gleich mit dem, was ich euch heute erzählen möchte. Und zwar, einen Moment, wir machen hier den Übergang ein bisschen schöner, dass es nicht so ruckartig geht. So, das ist doch schöner so. Also, ja, es geht um die Illusion. Überhaupt dieses Thema Illusion, die Welt ist eine Illusion, das ist tief verankert in den Veden. Und man könnte fast sagen, dass jegliche Idee oder Philosophie oder Geschichte, die eine solch alldurchdringende Illusion zum Thema hat, von den Veden inspiriert wurde. Die Veden sind sicherlich die ältesten Informationsquellen über eine solche, ja, solche Funktion der materiellen Welt oder solch eine Wirkung der materiellen Welt. Und es gibt auch verschiedene Interpretationen, wie sie sein soll, diese Illusion, was sie sein soll. Was heißt Illusion an sich? Illusion ist eben eine Vorspiegelung oder Vorspielung, eine Darstellung von etwas, was nicht wirklich existiert oder was nicht existiert. Es ist eine Täuschung, ja, die Illusion ist eine Täuschung. Sie wird für etwas gehalten, was sie nicht ist. Und wenn nun die ganze Welt eine solche Illusion oder Täuschung wäre, dann fragt man sich ja, okay, wenn die Welt, in der wir leben, nicht das ist, was ich nun mein Leben lang dachte, was sie ist, ja, was ist sie dann? Und warum stellt sie sich als etwas dar, was sie gar nicht ist? Warum glaube ich, dass die Welt das ist, was sie eigentlich nicht ist? Warum das Ganze? Oder gibt es gar keine Illusion? Vielleicht ist das nur so eine Vorstellung. Vielleicht gibt es keine Illusion. Vielleicht ist alles, wie es ist und das war's. Und darüber möchte ich heute erzählen, was die Veden, besonders die Bhagavad Gita, darüber erzählt. Apropos Bhagavad Gita, wenn ich die mal erwähne, da muss ich natürlich darauf verweisen, das ist das primäre... Primäre Buch der Veden, die Bhagavad Gita, da ist das Ganze drin, das ABC des vedischen Wissens. Grundsätzlich behandelt die Bhagavad Gita fünf philosophische Themen, die wir verstehen sollen als Menschen, die unser Leben verständlicher machen. Gott, die Seele, die materielle Energie, materielle Welt, Zeit und Karma oder Handlung. Diese fünf Themen, diese grundlegenden Themen, um ein fundiertes Verständnis der Realität zu haben, in der wir leben, das wird in der Bhagavad Gita behandelt. Wenn ihr die Bhagavad Gita lesen möchtet, in einer Printversion wie dieser hier, in meinem Online-Shop könnt ihr die kaufen. In der Videobeschreibung einen Link zu meinem Online-Shop und da gibt es noch viele andere Bücher. Aber Bhagavad Gita ist so immer der Einstieg in die philosophische, vedische Geschichte. Also, so nun, was besprechen wir zuerst? Das Wort für Illusion in den Veden, in der Bhagavad Gita, in den Puranas, sogar schon in den alten Veden, wie im Rikveda, das Wort ist Maya. Okay, Maya. Und Maya bedeutet wortwörtlich das, was nicht ist. Das, was nicht ist. Aber, da dieses Nicht-Sein sozusagen nicht erkannt wird, hält man Maya für etwas. Beziehungsweise, man hält Maya für etwas, sondern man hält Maya eben für etwas, was es nicht ist. Denn, wenn man sagt, Maya bedeutet das, was nicht ist, dann bedeutet nicht, dass Maya an sich nicht ist, sondern, dass sie eben nicht das ist, was sie scheint. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil es gibt auch Interpretationen, die tatsächlich meinen, Maya ist inexistent. Oder, letztendlich, das, für was sich Maya darstellt, ist inexistent, aber Maya an sich ist inexistent. Beziehungsweise, oder sagen wir mal so, dass die materielle Welt, die erscheint, nicht existiert. Und, dass es dahinter etwas gibt, ja, aber das, was dahinter gibt, steht in keiner, wie soll man sagen, qualitativen Ähnlichkeit zu dem, was sich davor darstellt. So, ganz simpel gesagt, Maya bedeutet das, was nicht ist. Was nicht bedeutet, dass nichts ist. Okay, das ist ein wichtiger Punkt. Und nun beginnen wir mit einem Vers der Bhagavad-Gita. Ich möchte euch definitiv nicht mit Sanskrit-Fersen überhäufen, aber einen, zwei zeige ich euch heute. Es ist auch immer schön, das Original Sanskrit zu sehen. So, hier ein Vers, in dem auch das Wort Maya auftaucht. Und dieser Vers wird eben von Krishna gesprochen zu Aljuna. Das ist ja das Gespräch der Bhagavad-Gita. Und dieser Vers fasst eigentlich schon fast alles zusammen, was wir heute hören werden. Aber wir werden dann noch ins Detail gehen. So, dieser Vers heißt, die Übersetzung habe ich auch hier natürlich, diese meine göttliche Energie. Ja, und diese göttliche Energie, das ist Maya, sagt Mama Maya. Mama, 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 zurück. Also diese Worte Mama, Maya. So, er sagt nicht nur Maya, was ja eben für Delusion, aber auch für Energie steht. Manche übersetzen Maya auch als Zauber. Und in der Hinsicht ist Krishna Mayin, der Zauberer. Krishna ist der höchste Zauberer. So, er sagt, meine Maya, meine Energie oder meine illusionierende Energie. Er sagt, das ist meine göttliche Energie, weil Krishna ist ja göttlich. Krishna ist Gott. So, seine Energie ist auch göttlich. Und sie besteht aus den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Ich werde nachher auch ein bisschen darüber sprechen. So, er sagt, diese meine göttliche Energie ist sehr schwer zu überwinden. So, das möchte er eigentlich sagen. Diese Maya ist sehr schwer zu überwinden. Warum? Weil sie mächtig ist. Maya ist sehr mächtig. Letztendlich illusioniert Maya alle Lebewesen, alle Seelen, alle Menschen sind in Illusion. Und dann gibt er aber eine Lösung. Aber diejenigen, die sich mir ergeben oder hingeben oder die bei Krishna um Hilfe bitten, können sie sehr leicht hinter sich lassen. Krishna sagt sogar sehr leicht. Sie können sie nicht nur hinter sich lassen, sondern sogar leicht hinter sich lassen. So, sehr aufmunternde Worte. Ja, so, das ist eben der Weg, wie man frei wird. Und das Beispiel wird gegeben, auch von den Maya oder den Erscheinungsweisen, die erwähnt werden. Die nennen sich im Sanskrit Guna, Plural Gunas, verdeutschter Plural eines Sanskrit Wortes. So, diese drei Gunas sind auch Seile. Man kann auch Gunas Seil übersetzen. Und diese drei Erscheinungsweisen, die die praktische Anwendung oder die physische Manifestation von Maya sind, binden die Seele. Diese Gunas binden uns. Und wir sind gefesselt, nicht nur gebunden, sondern gefesselt von dieser materieenergie, die eben sehr mächtig auf uns wirkt. Und da Krishna nicht gefesselt ist, kann er diese Fessel lösen. Und deshalb wird die Befreiung sehr leicht für uns mit der Hilfe von Krishna. So, das ist, was Krishna hier ausdrückt. Das ist sehr schwer zu überwinden. Wie wenn du in einer Gefängniszelle bist. Anderes Beispiel. Du bist in einer Gefängniszelle. Eingesperrt. Wie willst du da rauskommen? Und ja, es gibt immer wieder ein paar entschlossene, clevere Glückspilze, die es schaffen auszubrechen. Ja, aber in der Regel ist es sehr schwierig, ist klar. Aber wenn der Gefängniswärter oder der Gefängnisdirektor kommt, mit dem Schlüssel kommt und einfach aufschwerst und sagt, bitte gehen Sie raus. Natürlich, was ist das Problem? In ähnlicher Weise hat Krishna diesen Schlüssel. Und wenn er möchte, kann er jedes, jeden Häftling einfach freilassen. Und das ist, was er hier eigentlich sagt. Das ist meine Energie. So, wie er sagt, das ist mein Gefängnis in der Hinsicht. Nur, warum bist du gefangen? Du bist nicht wegen ihm gefangen. Du bist gefangen wegen dir selbst. Also, nehmen wir mal an, das ganze Justizsystem funktioniert richtig, so wie es vorgestellt wurde. Dann sitzen die Kriminellen ja nicht im Gefängnis, weil sie, sie sitzen im Gefängnis aus Selbstverschulden. Der Gefängnisdirektor hat nicht befohlen, okay, sperren Sie diesen oder jenen ein. Er tut das ja nur, weil diese Person eine Straftat begangen hat, die so schwerwiegend war, dass sie mit einer Gefängnisstrafe bestraft werden muss. So, Krishna kann freilassen. So, ein anderer Aspekt von Maya ist Prakriti. Und Prakriti heißt die materielle Natur. Prakriti, das Hervorgebrachte, das Geschaffene oder die Schöpfung heißt das Wort. Prakriti, pra heißt eben vor, hervor, nach vorne. Und kriti oder krit heißt gemacht, geschaffen, getan, also die Schöpfung. So, und diese materielle Schöpfung hat diesen psychologischen Effekt von Maya. Also Prakriti, Maya sind eigentlich das Gleiche, ist eigentlich das Gleiche mit verschiedenen Aspekten. Maya ist eben, man könnte sagen, dieser psychologische Effekt auf der, also den, den, Maya ist der psychologische Effekt, den die materielle Natur auf uns hat. Prakriti, so diese materielle Natur, wie erwähnt, besteht eben aus diesen drei Erscheinungsweisen. So, das hat Krishna erwähnt, diese drei Erscheinungsweisen. So, die materielle Natur besteht aus drei Erscheinungsweisen. Im Sanskrit eben Guna. Im Englischen heißen sie auch Modes. Oder man kann sagen, ja, das Wort Erscheinungsweisen ist interessant. Klingt auch sehr technisch, ist es auch. Also, wie eben die materielle Natur erscheint. Sie erscheint auf drei Arten. Sie stellt sich auf drei Arten dar. Die gleiche Natur hat drei Aspekte. Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit. Im Sanskrit Sattva, Raja und Tama. Und wenn, hier heißt es eben, das ist wieder ein Vers aus der Bhagavad Gita. Wenn das ewige Lebewesen, ja, das ewige Lebewesen heißt es hier, die materielle Natur ist nicht ewig, beziehungsweise die momentane, konkrete Manifestation der materiellen Natur ist nicht ewig. Ja, dieses Mikrofon hier, das ist Materie, das ist materielle Natur. Und das ist natürlich nicht ewig. Aber die Energie, aus dem dieses Mikrofon besteht, es heißt, die ist sogar ewig. Also die Grundsubstanz, materielle Energie, die ist ewig, stellt sich aber immer in verschiedenen Manifestationen dar. Mal als Mikrofon, mal so ein Bildschirm oder als physischer Körper, ja, als die Luft und so weiter. So wie es heißt, die Energie kann nicht verloren gehen. Das ist tatsächlich so. In den Schriften, in den Veden wird gesagt, die materielle Energie ist ewig. Es ist eine ewige, ewig beständige Energie, weil sie an sich göttlich ist. Nur eben die momentane, konkrete Manifestation oder Formung, und die ist nicht ewig. Das ist nur momentan so. So, und die Seele heißt es hier, oder das Lebewesen, das sind wir, wir sind ewig. Ja, so, und wenn dieses ewige Lebewesen mit der Natur in Berührung kommt, heißt es hier, wenn das Lebewesen in Berührung kommt mit dieser materiellen Natur, die aus diesen drei Erscheinungsweisen besteht, was passiert? Dann wird das Lebewesen bedingt oder gefangen. Und das sehen wir hier auf diesem Bild sehr schön, Krishna ganz oben, und er sagt, das ist meine materielle Energie, meine materielle Welt, meine Prakriti, meine Maya, und sie besteht aus diesen drei Erscheinungsweisen, hier personifiziert dargestellt. Und sie lenken mit ihren Wirkungsweisen und Einflüssen die Lebewesen. Hier unten der eine, hier ist der Chef, und sagt, hier, hackle mal ein bisschen schneller. Oh ja, ja, natürlich, ich brauche meinen Lohn. Und, aber eigentlich wird das alles manipuliert von diesen drei Erscheinungsweisen, ja, was nicht bedeutet, dass wir keinen freien Willen haben. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Diese Erscheinungsweisen wirken eigentlich gemäß unserer, unserem freien Willen. Der Punkt ist nicht, dass wir hier nicht handeln, sondern, dass die Handlungsebene bei uns aus dem Subtilen stammt. Das bedeutet, ich spreche nicht, ich hebe nicht den Arm, ich bewege nicht den Kopf, ich bewege nicht den Zeiger, gut, den seht ihr jetzt gerade nicht, oder was auch immer. Ich tue nichts. Das machen die Erscheinungsweisen, die materielle Natur. Das Einzige, was ich tue, ist, ich wünsche die Handlung. Ich möchte meinen Arm heben. Nein, ich möchte meinen Arm heben. Aber ich hebe nicht den Arm. Ich wünsche das nur. Mein Wunsch ist es, den Arm zu heben. Und wer bin ich? Ich bin das Individuum, die spirituelle Persönlichkeit. Und das ist mein Körper. Und das ist mein Arm. Ich bin nicht der Arm. Aber es ist mein Arm. Ich kann über ihn verfügen. Und aus dem Subtilen wirke ich, durch den Wunsch. Aber ausgeführt wird die Handlung von den Erscheinungsweisen. Da werden wir nachher noch eine andere Textstelle in der Bhagavad Gita, aus der Bhagavad Gita hören, die das beschreibt. Und letztendlich steht Krishna ganz oben, transzendental zu all dem. Und weil die Seele, die wir sind, auch transzendental ist, kann sie auch da sein, wo Krishna ist. Die Seele kann sich praktisch aussuchen, möchte ich hier sein, kontrolliert von materieller Energie, kontrolliert von meinen eigenen materiellen Wünschen, dem Glück und Leid der materiellen Welt ausgeliefert, eben in der Vergänglichkeit residierend. Oder möchte ich transzendental sein, frei von Maya. Und wie Krishna vorher gesagt hat, jemand, der mich bittet, für den ist es sehr leicht, rauszukommen. So, hier habe ich noch diese, ich glaube, ich habe es schon mal in einem Stream gezeigt, aber hier nochmal, diese drei Gunas, diese drei Scheinungsweisen. Das ist wirklich grundlegendes Wissen der Bhagavad Gita. In der Bhagavad Gita wird das natürlich sehr ausführlich und anschaulich erklärt, weil es sehr wichtig ist, das zu verstehen. Krishna selbst sagt eben in der Bhagavad Gita, zu Beginn des 14. Kapitels, dass dieses Wissen, er sagt im ersten Vers, weil dieses, das 14. Kapitel der Bhagavad Gita geht ausführlich auf diese drei Scheinungsweisen ein. So heißt auch das ganze Kapitel. Und er sagt, abermals werde ich dir diese höchste Weisheit erklären, die Essenz allen Wissens. Alle Weisen, die es verstanden haben, haben die höchste Vollkommenheit erreicht. Und er sagt, das ist ganz wichtig, nicht nur zu verstehen, was ist die Antimaterie, sondern Krishna möchte uns auch sagen, wir sollen auch verstehen, was die Materie ist. Warum? Weil wir momentan in der Materie sind. Und durch Verständnis der Materie können wir uns von Materie befreien, um zur Antimaterie zu gelangen. Und diese drei Scheinungsweisen bieten das grundlegende Verständnis der Materie. Wir haben 108 Zuseher gerade. Wow, eine glückverheißene Zahl. Ihr wisst, das ist unsere heilige Zahl in unserem Krishna-Bewusstsein. Und ihr dürft auch mag ich klicken. Das bringt unserem Video noch, das bringt vielleicht noch mehr Zuseher dazu. So, diese drei Gunas, diese drei Scheinungsweisen sind Sattva, Rajas und Tamas. Und auch sehr schön anhand dieser Bilder dargestellt, ehrlich gesagt. Darum konnte ich mich nicht davon zurückhalten, die heute hier zu zeigen. So, Sattva. So sollen wir sein. Sattva ist zwar materiell, aber es ist der beste Modus, wie man leben kann. Weil momentan müssen wir in Materie leben. Wir leben in Materie, mit Materie, durch Materie. Aber wir sollen es so gut wie möglich machen. Denn von Sattva kommt man sehr leicht auf die spirituelle Ebene. So, Sattva ist eben die Erscheinungsweise der Tugend, der Reinheit. Hier heißt es auch der Balance, der Harmonie, des Positiven, des Frieden, der Klarheit, des Lichts, der Kreativität, der Offenheit, Intelligenz. Also diese Worte hier, Eigenschaften, charakterisieren sehr gut Sattva. Die Erscheinungsweise der Reinheit, der Tugend. Und die soll in deinem Leben herrschen. In deinem Inneren und in deinem Äußeren. Im Inneren eben durch Ausgeglichenheit, Frieden, Liebe, Erkenntnis. Und im Äußeren eben auch durch die Harmonie, die du in deinem Leben kreieren kannst. Auch durch Reinheit, durch Ordnung, durch Planung und so weiter. Das ist Sattva. Rajas ist die Erscheinungsweise der Leidenschaft, der Dynamik. Und hier heißt es der Bewegung, der Aktivität, Energie, Aufregung, Leidenschaft, Wunsch, Agitation, Sorge und auch Egoismus. Bhagavad Gita sagt, Rajas ist primär davon gekennzeichnet, dass du handelst mit einem Bedürfnis, die Früchte deiner Handlung zu genießen. Also man lebt, um die Welt zu erfahren. Man lebt, um die Welt auch zu genießen. Man lebt eigentlich sehr sinnlich und in der Hinsicht auch egoistisch. Weil man sich selbst für das Zentrum und den Mittelpunkt der Welt hält. Und man denkt, alles ist für mich da und für meine Zufriedenstellung. Und man tut alles dafür. Also wenn es hier heißt Bewegung und Aktivität, dann bedeutet das auch nicht, dass derjenige ein Sattva sich nicht bewegt oder nicht aktiv ist. Aber hier haben wir eine ganz andere Motivation. Er ist aktiv aus einem anderen Grund. Nämlich um des Dienstes willen, der Selbstlosigkeit willen. Er kann auch viel tun und viel erreichen. Aber da ist eine andere Motivation dahinter. Und deshalb ist er auch innerlich losgelöst, obwohl er handelt. Wohingegen derjenige, der in Leidenschaft, in Rajas ist, er ist angehaftet in seiner Handlung. Oder angehaftet an das Ergebnis seiner Handlung. In Sattva sollst du frei sein von der Anhaftung an das Ergebnis deiner Handlung. Das heißt, du tust einfach deine Pflicht und bemühst dich so gut es geht. Aber wenn es mal nicht so wird, wie du es wolltest, aber du hast alles getan, damit es gut wird, aber es wird trotzdem nicht gut, dann bist du nicht frustriert oder traurig oder zornig, sondern ausgeglichen. Das ist eine ganz andere Aktivität. Und im Rajas, da ist man angehaftet. Ich will das Ergebnis und deshalb tue ich alles. und opfere oftmals auch Gesundheit oder Moral, weil das Ergebnis oder mein Ego letztendlich über allem steht. Und deshalb, Rajas heißt ja Leidenschaft. Oftmals wird Leidenschaft als etwas Positives verstanden. Du brauchst Leidenschaft in deinem Leben, damit du was erleben kannst. Manchmal sagt man auch Liebe, Lust und Leidenschaft. Und das wird alles als etwas Besonderes und Wichtiges und Tolles angesehen. Das Sinnliche. Aber das Wort drückt doch schon genau die Erfahrung, die man dadurch bekommt, aus. Leidenschaft. Also das, was Leidenschaft. Aber wir denken immer, Leidenschaft ist was Herrliches. Aber ganz im Gegenteil. Da ist vielleicht ein kurzer, schöner Moment dabei, aber es gibt Reaktionen in Form von tatsächlichen Leiden. Deshalb will man das vermeiden, weil wir wollen ja nicht leiden. So, das ist Rajas. Und Tamas ist die, Tamas selbst heißt Dunkelheit. Und wir übersetzen es oftmals auch als Unwissenheit, weil Dunkelheit, Unwissenheit, da gibt es eine interessante Parallele. Oder eigentlich ist das Wort Dunkelheit ein Parabel für einen Aphorismus, für Unwissenheit. Weil wenn du unwissend bist, dann bist du in einer Art Dunkelheit. Du kannst nicht richtig sehen und nicht richtig verstehen. So, wer von Tamas regiert wird und dementsprechend handelt, naja, sehr inaktiv, er ist negativ, apathisch, Dall, wie sagt man, dumm eigentlich, dunkel, illusioniert, deprimiert, in Unwissenheit. Ja, so, das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Grundsätzlich wollen wir beide vermeiden, aber das ist natürlich noch schlimmer, ja. So, wenn wir Aspekte in unserem Leben haben, die tamassisch sind, um das Wort so auszudrücken, ja, wenn du tamassisch lebst, das heißt zum Beispiel zu viel Schlaf, unreguliertes Leben, Berauschungsmittel werden konsumiert, übermäßige und auch vielleicht perverse Sexualität, Unreinheit, ja, Unordnung, Chaos und so weiter. Das soll man vermeiden. Also jemand, der spirituell leben möchte, ist klar, der mag sowas nicht, der kann sowas nicht. Und so müssen wir gucken, wo bin ich in meinem Leben zu Sian Tamas, zu Sian Rajas und dass ich eben in Sattva komme, um dann die Vorzüge von Sattva zu nutzen, um auf die spirituelle Ebene zu kommen. Weil wenn du in Sattva lebst, dann ist es sehr leicht, spirituelle Disziplin zu haben, morgens aufzustehen, zu meditieren, zu chanten, zu beten, die Schriften zu studieren, du hast die nötige Intelligenz und so weiter. In Rajas kannst du gar nicht denken, weil dein Geist ist voll mit materiellen Gedanken und Wünschen. Und in Tamas, da bist du nur total vernebelt und kannst auch nicht richtig denken. So, das sind die drei Gunas, aus denen die Prakriti, die materielle Natur besteht, die auf uns diesen magischen Einfluss hat, uns eben illusioniert. So, diese drei binden uns. Und Prakriti selbst besteht eigentlich aus acht Elementen, fünf davon sind die grobstofflichen Elemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft, also Erde, Wasser, Feuer, Luft und Space oder Raum oder Eter eigentlich. Bumir, Apo, Nalo, Vayu, Kang. Interessant. In der Bhagavad-Gita kommt das erst Erde, Wasser, Feuer und dann die Luft. Feuer wird als ein, ist ein grobstofflicheres Element als die Luft. Weil in der Bhagavad-Gita heißt es, am grobstofflichsten ist die Erde, dann weniger grobstofflich das Wasser, dann das Feuer, dann die Luft und dann Eter. Das ist die Rangordnung. Und genau, daraus besteht die Welt, die physische Welt und dann gibt es noch die psychologischen Elemente, könnte man sagen, die feinstofflichen Elemente, Geist, Intelligenz und Ego. Und aus diesen acht Elementen besteht Prakriti. Darüber stehend sind natürlich die Erscheinungsweisen, aber diese Erscheinungsweisen sind ja immer noch subtil, die kann man ja nicht fassen. Das sind eigentlich mehr wie, man könnte sagen, Gesetzmäßigkeiten, Prinzipien. Und die physische Manifestation, dann die wahrnehmbare Manifestation, sind dann diese acht Elemente. Erde, Wasser, Feuer, Luft, Eter, Geist, Intelligenz und Ego. Also Erde, Wasser, Feuer, Luft, Eter kann, können von unseren externen Sinnen, Sinnesorganen erkannt werden. Erde kann, also das ist interessant, denn es heißt, diese fünf Elemente werden von unseren, von den entsprechenden Sinnen wahrgenommen. Und diese Elemente sind hierarchisch, haben hier eine hierarchische Stofflichkeit. Also beginnen wir mal mit, wieder einblenden hier mit Space oder Eter. Eigentlich steht dafür Eter, für dieses Element. Und Eter hat dieses Sinnesobjekt des Klanges. Der Eter steht in Verbindung mit Klang und Klang kann gehört werden. Klang kann nicht gekostet werden, Klang kann nicht gesehen werden, Klang kann nicht berührt werden. Klang kann nur gehört werden. Die nächste Manifestation oder Verdichtung der Materie ist dann eben Luft, Air, Luft. Und Luft kann gehört werden, weil dieses Element Eter ist enthalten, aber es kommt eben noch was weiteres dazu und nämlich die Berührung. Luft kann gehört werden, Klang ist in der Luft, aber auch Berührung ist in der Luft. Und deshalb unser Berührungsorgan, unser Tastsinn kann die Luft wahrnehmen. Aber Luft kann nicht gekostet werden, Luft kann nicht gesehen werden, Luft kann nicht, ja, gerochen werden. Man sagt, Moment mal, der Geruch ist doch in der Luft. Ja, die Luft kann als Träger des Geruchs dienen, aber die Luft selbst hat keinen Geruch. Die nächste Manifestation wäre dann eben Feuer. Da kommt dann zum Klang und zur Berührung auch die Sicht hinzu. Feuer kann gesehen werden. Und dann wird es noch stofflicher, Wasser. Da haben wir dann schon die Möglichkeit, Wasser zu kosten. Da kommt der Geschmack dazu. Und die letzte Manifestation ist Erde. Und in der Erde ist deshalb Klang, Feuer, Luft, Wasser enthalten. Erde bietet alle sinnlichen Möglichkeiten. Erde kann gesehen werden. Der Geruch kommt am Schluss dazu. Geruch kann gesehen werden, hat einen Geschmack und so weiter. Aber so erklären die Weden eben diese Manifestation der Stofflichkeit. Und bei jedem Schritt kommt eine weitere Möglichkeit unserer sinnlichen Erfahrungen hinzu. Und somit bietet die materielle Welt, somit ist diese materielle Welt abgestimmt auf unsere sinnliche Erfahrung oder wir sind abgestimmt auf die sinnliche Erfahrung der Welt. Letztendlich ist alles eben für diese Erfahrungsmöglichkeit konzipiert. Man könnte nicht sagen, man kann nicht sagen, wir sind mit unseren sinnlichen Möglichkeiten so konzipiert, um die Welt wahrzunehmen. Die Welt war vorher da und wir sind dann daran angepasst worden. Aber auch nicht andersrum war es. Sondern alles wurde ursprünglich nach Plan geschaffen, damit diese Interaktion stattfindet. Würde es diese Verbindung nicht geben, dann könnten wir die Welt nicht erfahren. Und letztendlich ist diese Erfahrungsmöglichkeit der Sinn der Existenz, dass wir eben was erleben und erfahren können. Auf diese sinnliche Art und Weise. So, zurück zu Maya, zur Illusion. Denn diese sinnliche Geschichte, die ich jetzt gerade beschrieben habe, ist genau der Punkt, warum wir in Illusion sind. Weil wir so gut zusammenpassen mit dieser Illusion, aber letztendlich sind wir nicht Teil dieser Illusion oder der materiellen Welt, weil wir sind ja eigentlich was Spirituelles. und wir können auch separat von Materie existieren. So, Maya ist nicht inexistent. Oder die Illusion oder das, was, man könnte auch sagen, das, was eben wahrgenommen wird, es ist jetzt schwer, das da zu unterscheiden, aber das, was wahrgenommen wird, was ich gerade beschrieben habe, all diese Sinnesobjekte, die sind nicht inexistent. Also die Illusion besteht nicht darin, dass das eigentlich nicht existiert. Nee, das existiert. Aber die Illusion ist, dass Maya die Identifikation mit Materie oder all diesen Dingen schafft. Und das sind eben vergängliche Dinge. So, das Problem ist, dass wir uns für etwas halten, was wir nicht sind. Oder, dass wir uns, dass wir denken, das, was wir momentan sind, oder die materielle Identität, die wir momentan hier angenommen haben, dass wir das grundsätzlich sind. Dass ich glaube, ich bin dieser Körper. Und wir verstehen nicht diesen Unterschied zwischen, ich habe einen Körper und ich bin der Körper. Ja, weil wir eben nichts, mehr oder weniger nichts anderes kennen. Und je mehr wir uns erkennen, durch Selbsterkenntnis, desto mehr sehen wir, verstehen wir, dass wir tatsächlich nicht der Körper sind. Deshalb, wir können die momentane körperliche Situation und darüber hinaus unsere Position in dieser Welt nicht negieren, aufgrund dieses Verständnisses der Illusion. Ah was, ich bin nicht der Körper, ich bin jetzt nicht der Büroangestellte, ich bin nicht der Vater oder die Mutter, das bin ich alles nicht. Okay, dann mache ich nichts dementsprechendes mehr. Nein, deine Illusion kann nur überwunden werden mit der, mit der entsprechenden Erkenntnis deiner wahren Identität. Das heißt, mach dir keine Sorgen, wir kommen jetzt hier nicht alle in die Klapse, weil viele Leute sind in der Psychiatrie genau aus solchen Gründen, weil sie auf einmal meinen, das ist alles eine Lüge, das ist eine Illusion oder das bin ich nicht und bekomme Identitätskrisen. Ist kein Scherz. Religion kann oftmals, oder Spiritualität, Philosophie, das Geistliche und Geistige kann manchmal Phobien und Psychosen auslösen, die nicht gesund sind. Deshalb ist es besser, fast sogar besser, ein wohl situierter Materialist zu sein, der einfach seiner Pflicht nachgeht, als jemand, der Materie hinterfragt und das aber auf ungesunde Art und Weise macht und letztendlich dann zu gar nichts mehr kommt. Ja, so deshalb, Philosophie muss richtig verstanden werden. Philosophie wirkt auf unsere, auf unsere Psyche und da müssen wir aufpassen. Keine Sorge, das ist jetzt nicht überdramatisch, aber wenn man es richtig versteht, dann ist das alles schön, ist das alles in Ordnung. Und deshalb mein Punkt, zerstöre nicht deine Identität, lass sie evolvieren zu deinem wahren Selbst. Ja, das heißt, wie ich immer wieder sage, vedisches Wissen, diese Spiritualität, ist eine Addierung und keine ähm, ne, keine Subtraktion. Subtraktion, das Wort habe ich schon lange nicht mehr verwendet, glaube ich. Heißt doch, subtrahieren, weil manchmal denkt man, oh, ich muss hier was wegnehmen, wenn ich ein spiritueller Mensch bin, da muss ich was wegnehmen, da muss ich, ja, dann ist das alles schlecht, alles schlecht, was ich hier gemacht habe und so weiter oder alles Materielle ist schlecht. Ja, viele, viele Menschen im Namen von Spirituellen denken so, dann muss ich das Materielle schlecht machen und so weiter oder dass die Vergangenheit schlecht war. Nein, sei wer du bist, in der Situation, in der du bist, nimm aber das Spirituelle dazu und lass es wirken und lass es dich natürlich transformieren, wodurch du natürlich die Illusion und das Materielle, das Vergängliche, als das erkennst, was es ist, wodurch du ganz natürlich davon Abstand nehmen kannst. Ohne, nicht aufgrund von Frustration, von Angst, nicht aufgrund von Enttäuschung, ja, sondern in Frieden. Man kann praktisch die Illusion in Frieden gehen lassen. Man wird nicht davor weglaufen müssen, ja. So, aber dennoch zurück zum Punkt, zu diesem Punkt, ja, Maya schafft die Identifikation mit dem Vergänglichen, dass wir tatsächlich glauben, ich bin der Körper und das ist das Allerwichtigste und dieses eine Leben ist alles, was es gibt und wir denken nicht darüber hinaus. So, nun ein weiterer Vers der Bhagavad Gita, der in der Hinsicht relevant ist und da heißt es, dass wiederum die spirituelle Seele, die wir sind, das spirituelle Wesen im Körper wird durch den Einfluss des falschen Egos hält sie sich für den Ausführenden von Tätigkeiten. Doch diese Tätigkeiten, die werden in Wirklichkeit von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur ausgeführt. Ich habe vorher das eigentlich schon beschrieben, aber hier habe ich noch einen eigenen Slide dazu. Und hier das Wichtige ist eben, der Einfluss, durch den Einfluss des falschen Egos. Das falsche Ego heißt im Sanskrit Ahankara und Ahankara heißt wortwörtlich ich handle, ich tue. Und das ist der praktische Effekt des falschen Egos, dass wir glauben, ich handle, weil ich ja glaube, ich bin der Körper. Aber es ist ein falsches Ego, es gibt uns ein falsches Ego. Wir sind die Seele, die sich selbst gefiltert durch das falsche Ego wahrnimmt. Das ist wie wenn Licht durch ein gefärbtes Fenster scheint und dann die Farbe annimmt. Dann hat es das Rot oder Blau oder was auch immer. In ähnlicher Weise nehmen wir uns durch diesen Filter des falschen Egos, das eben diese Fensterscheibe wäre, wahr. Und wir können praktisch nicht hinter das falsche Ego blicken und sehen, wer wir eigentlich sind. Das falsche Ego ist wie eine Maske, könnte man sagen. Das ist wie bei einem Maskenball und wir tragen alle eine Maske und halten uns dann für diese Identität, für diese Person. Und was ist die Maske letztendlich? Die Maske ist der Körper. Jeder von uns hat einen Körper und für den halten wir uns und diese Rolle spielen wir und wir sehen, können nicht dahinter blicken und sehen, ja Moment mal, wer bin eigentlich ich, der in diesem Körper lebt, der diesen Körper bewegt, der durch diesen Körper agiert und spricht und der den Körper, der die Instrumente des Körpers verwendet, um die Welt wahrzunehmen, wer bin ich? Was bin ich? Das reine Ich, ohne die Maske sozusagen. Das ist die relevante Frage. Wer bin ich? Und die Bhagavad Gita sagt da ganz klar, und die Veden an sich und viele Traditionen eigentlich, dass wir das konstante, konstante, permanente, bewusste, ich-bewusste Lebewesen sind. Oder Seele, Lebewesen. Dass sich Leben für Leben eben mit dem Körper identifiziert und verschiedene Rollen spielt. Und nun wird es Zeit eben zu verstehen, wer man selber ist. Oder dass wir viel mehr sind und eine viel bessere Erfahrung haben können als hier in dieser physischen. Oder ist doch so, wie viel Freude und Glück und Ekstase sogar erleben wir am Tag? Bedingt. Wenig. Viel zu wenig. Und es heißt tatsächlich, die Natur der Seele ist, dass sie voller Glückseligkeit ist, voller ungebändigter, unendlicher Freude. Das ist der Grundzustand einer jeden Seele. Und das ist auch die Motivation, warum die Seele etwas tut. Aus reinem Glück heraus. Des Weiteren, die Seele hat eine Form, einen Körper könnte man sagen und hat ihr eigenständiges Selbst und ihren eigenen Willen sogar. Wir haben unseren eigenen Willen. Und all das ist momentan eben limitiert durch den Körper, durch die Erscheinungsweisen, durch unser Karma, durch all diese Bindungen. Und darum geht es eben in der Bhagavad Gita, nochmal der Verweis, wie man frei wird von diesen Bindungen. Das ist so dann die Essenz. Darum erklärt Krishna alles in der Gita, zu verstehen, in was für einem Gefängnis, in was für einer Illusion bist du eigentlich, damit du herauskommen kannst. Weil ein viel besseres Leben auf die Seele wartet. Wenn die Seele das alles aber nicht versteht und ganz materialistisch handelt die ganze Zeit, als er sich für den Körper hält und einfach nur versucht, dass es dem Körper gut geht und dem Karma gut geht und das macht sie dann Leben für Leben für Leben für Leben. Und deshalb heißt es auch in der Bhagavad Gita, was ist der Vers, Sangena Shastrena Trideena Wir sollen die Waffe Asanga Shastrena die Waffe der Loslösung verwenden, um damit diese Bindungen, die wir, von denen wir gerade gehört haben, zu durchtrennen. Chitva durchschneiden. Die Waffe der Loslösung. Ja, dass wir mal einen Schritt zurück machen und uns trennen von unseren Anhaftungen. Dass wir uns nicht mehr, dass wir nicht mehr dominiert werden und beherrscht werden von Materie. In der Hinsicht sind wir wie so ein Esel, der der Karotte immer hinterherläuft. Das ist die Position der Seele. Das will ich haben, das will ich haben, das will ich machen und wir erwarten uns immer, dass das was bringt. Das wird mich glücklich machen. Und das machen wir nicht nur von Situation zu Situation, sondern tatsächlich von Leben zu Leben und es wurde noch nie geschafft. Oh, jetzt passt, ich habe es geschafft. Es gibt in der materiein Welt nichts zu schaffen. Das ist auch ein Teil dieser Illusion. Es gibt in der materiein Welt nichts zu schaffen. Gut, ich habe gesagt, 10.000 Abonnenten, das wollte ich schaffen, das war mein Ziel. Aber das ist natürlich nicht das Ziel. Wie ich vorher gemeint habe, die Zahl soll nur ein Indikator sein für meine Bemühungen im Spirituellen. Ja, das Materielles kann ein Indikator sein, ein Messwert für unsere Entwicklung des Spirituellen. Ich meine, es ist schwer zu sagen, kann man so auch wirklich nicht sagen, weil natürlich, was heißt Entwicklung des Spirituellen? Entwicklung des Spirituellen heißt, wie sehr entwickle ich mich spirituell? Aber die Zahl wäre für mich ein Indikator dafür, wie sehr ich es schaffe, das Spirituelle so zu kommunizieren, dass andere sogar bewegt sind, zu abonnieren, was bedeutet, dass die Botschaft angekommen ist. Und das ist aber nur der Fall, weil es ja nicht so, dass alle, die viele Abonnenten haben, genau das geschafft haben, weil die kommunizieren natürlich was anderes. Das ist in dem Fall nur der Fall für mich, wenn ich tatsächlich spirituelles kommuniziere. Und weil ich versuche, so spirituell wie möglich zu kommunizieren, kann ich schon annehmen, dass die Botschaft ankommt, was ich daran werten kann, wie viele Abonnenten ich habe. Aber für die meisten von uns muss es ja nicht so kompliziert sein. Natürlich können wir auf Zeichen in der Welt auch achten, aber primär sollen wir auf unser Inneres hören und genauso gut ist es auf Menschen zu hören, die spirituell fortgeschrittener sind als wir, die weiser sind als wir und die uns reflektieren, die uns Feedback geben, die uns beraten, beratschlagen, die uns unterweisen sogar. Das wird als der schnellste Weg angesehen. Weil gerade, wenn wir am Anfang stehen, ist es oft schwierig, diese inneren Erfahrungen richtig zu bewerten. Manchmal machen wir tatsächlich auch zu Beginn intensive Erfahrungen, von denen wir unzweifelhaft sagen können, wow, das war eine spirituelle Erfahrung, das war toll, da habe ich was richtig gemacht. Manchmal ist das auch nicht der Fall. Deshalb ist diese Führung drum. Die Bhagavad-Gita sagt, um zur Wahrheit zu kommen, um letztendlich zu deiner Wahrheit zu kommen oder um dich in Wahrheit zu situieren, solltest du die Hilfe eines Meisters sogar akzeptieren. Es heißt eigentlich Tattva Darshi, von jemandem, der Tattva gesehen hat. Tattva, die Wahrheit. Tattva ist Wahrheit, Darshi, jemand, der gesehen hat. Und was sollst du tun? Du sollst ihm Dienste leisten, ihn unterstützen und du sollst ihm Fragen stellen. Das wird angegeben. Das ist so die grundsätzliche Herangehensweise, wie wir uns einem Tattva Darshi und das muss jetzt nicht jemand sein, der die gesamte absolute Wahrheit vollkommen verstanden hat, sondern jemand, der einfach schon mehr von der Wahrheit verstanden hat als wir selbst. Zumindest, ja natürlich, er muss mehr verstanden haben, sonst kann er uns ja nichts beibringen. Und dann soll man auch Fragen stellen und auch diese Person unterstützen. Und dann wird diese Person geneigt sein, uns die Wahrheit zu erklären. So, ja, spannendes Thema, ja. Und ich freue mich auch, dass wir so viele Zuseher dabei haben. Falls ihr euch nicht stört, drückt doch, klickt doch mal mag ich und abonniert doch meinen Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Genau. ja, das Wetter ist halt so, es regnet schon tagelang, tagelang regnet es. So, vielleicht liegt es auch daran, dass ihr heute nicht am See sein könnt oder so. Sitzt zu Hause, gemütlich, ja, auf der Couch oder auf dem Sofa oder seit dem Auto gerade und hört hier diese Themen. Aber das freut mich wirklich, dass unsere Zuhörerschaft, Zuseherschaft doch auch wächst, mehr und mehr wächst. Weil, ja, ich denke, wenn ihr das ernst nehmt, dann funktioniert das einfach oder das hilft. So erfahre ich das definitiv, dass das hilft. Krishna Bewusstsein hilft, das funktioniert. Ganz wunderbar. Besonders das Chenten des Hare Krishna Mantras. Wer das noch nicht ausprobiert hat, probiert das mal. Hare Krishna, das Hare Krishna Mantra zu meditieren. Okay, zurück zum Thema. Ja, das ist der, dieser wichtige Vers. Durch diesen Einfluss des falschen Egos wird die Seele verwirrt. Weil, falsches Ego, das ist nicht das richtige Ego. Sie glaubt, weil es gibt auch ein richtiges Ego. Das heißt, das richtige Ego ist Aham Brahmasmi. Das ist Sanskrit und heißt, ich bin spirituell. Ich bin göttlich. Aham Brahmasmi. Brahman ist das Göttliche. Und das falsche Ego lässt uns glauben, ich bin das Materielle, das Vergängliche. Okay, was haben wir nun? Okay, nun eine kleine Geschichte. Das ist eine kleine Geschichte nach all diesen Unterweisungen, nach diesen Lehren, eine kleine Geschichte. Und diese Geschichte handelt von Narada Muni. Ich habe hier dieses wirklich schöne Bild online gefunden. Das ist ein Bild, das Krishna darstellt, natürlich, zusammen mit Balaram. und sie stehen auf einer Art Balkon und überblicken eine interessante Landschaft, eine interessante Stadt, hier mit palastartigen und tempelartigen Gebäuden, so weit das Auge reicht, bis ganz nach hinten. Hier ist sogar Wasser, sie sind am Meer. das soll nämlich die Stadt von Krishna sein, in der er gelebt hat, Dvaraka. Diese Stadt heißt Dvaraka, die auch im Meer gebaut wurde. Das ist eine lange Geschichte, was das alles involviert, aber Dvaraka. Und hier, natürlich, hier haben wir verschiedene Devas, die fliegen hier am Himmel, in diesen Schwanenflugschiffen. Und natürlich auch, eben Narada Muni. Hier ist Narada Muni. Und Narada Muni, der fliegt praktisch hier gerade rein, der kann fliegen. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mit diesem Fliegen, auch wenn ich das so sehe und darüber nachdenke, da irgendwie so ein, das ist so mein persönlicher Hänger. Ich dachte, als ich mit dem spirituellen Leben begonnen habe, da war immer mein Ideal, oh, ich möchte fliegen können. Das war die Perfektion für mich. Ich habe es nicht erreicht, also ich kann nicht fliegen, aber ich dachte immer, das wäre das Coolste. Und ich kann eben noch nicht fliegen, weil ich schnell verstanden habe, Fliegen ist nicht das Coolste. Da gibt es noch was Cooleres. Und deshalb bemühe ich mich nicht mehr, darum fliegen zu können. Könnte ich jetzt fliegen, wenn ich all die Jahre mich darum bemüht hätte, durch Meditation und die Entwicklung mystischer Kräfte? Vielleicht. Es gibt ja, angeblich heißt es, Yogis, die können levitieren. Und in den Veden, ist das eine der mystischen Kräfte. Es gibt acht Arten der mystischen Kräfte. Ashtasiddhis. Und eine davon heißt eben Lagima. Lagima heißt leichter werden, als das leichteste, wodurch du fliegen kannst. Naja, jedenfalls zurück, der Narada Muni, der fliegt hier so rein und er spielt auf einem Musikinstrument, das heißt Wiener. So eines Tages kam Narada Muni zu Krishna und bat ihn Krishna. Ich bin ja total Krishna bewusst, erleuchtet. Weil das ist halt meine Position und so weiter. So, ich würde gerne mal die Illusion erleben. Maya würde ich mal gerne erleben. Und Krishna guckt den an und sagt, äh, wirklich? Ich meine, normalerweise wollen die, die in Maya sind, immer raus aus Maya und wollen nichts mehr zu tun haben mit Maya. Verständlicherweise wollen wir ja auch. Wir wollen ja raus aus der Illusion. Wir wollen ja endlich verstehen, wer wir sind und wir wollen endlich verstehen, wollen endlich Krishna kennenlernen und in der ewigen spirituellen Welt sein. Nicht mehr in der materiellen, vergänglichen Welt, von der Krishna auch sagt, dass sie voller Leiden ist. Ja, so sagt er, Narada Muni, wieso willst du die Illusion kennenlernen? Na, es ist doch deine Kraft und es ist doch mächtig. Ich möchte das mal sehen. Und Krishna sagt zu Narada Muni, okay, wenn du willst, naja, geh mal bitte zum Fluss, hol noch ein bisschen Wasser und komm zurück und, weil ich brauche ein bisschen Wasser und dann unterhalten wir uns darüber. Erkläre ich dir das so. Narada Muni geht zum Fluss hinunter, holt das Wasser und am Fluss angekommen, sieht er, wie neben ihm auch eine eine hübsche, ein hübsches Mädchen, hübsche Dame auch gerade Wasser holt. Und Narada Muni nimmt da so sein Wasser aus dem Fluss und guckt sie nochmal an und plötzlich fällt ihm auf, dass sie wunderschön ist. Zartes, junges Mädchen, schöne Augen, schönes Lächeln, schöne Kleidung, alles schön, wunderschön und plötzlich trifft es ihn wie einen, wie ein Blitz, wie ein Blitz, wie ein Pfeil in seinem Herzen. Ein, der Liebespfeil, der Pfeil des Amor. Ja, der Amor schießt ja immer mit Pfeilen und interessant, der Amor ist natürlich der Liebesgott in der griechischen Mythologie und den gleichen gibt es auch in den Veden, da heißt er halt Karma, Karma Dev. Genau, oder, wie hast du noch? Gibt es noch einen anderen Namen von ihm? Karma Dev oder, ja, fällt mir gerade nicht an. Und er schießt auch mit Pfeilen, der macht das wirklich. So, jedenfalls, Anarada Muni wird von dem Pfeil getroffen und plötzlich denkt er, wow, die ist ja wunderschön, ich würde gerne mit ihr zusammen sein, ich würde gerne mehr von ihr erleben. Und er spricht sie an und mein liebes Mädchen, wessen Tochter bist du und hättest du Interesse an einer Beziehung und so weiter. Und das Mädchen willigt ein, sie ist auch alt genug und so weiter und die Familie willigt auch ein, Vater findet es auch okay. Und, ja, sie haben eine Beziehung, eine Romanze, sie heiraten sogar und er, sie wohnen dann zusammen in einem Haus und haben auch ein bisschen Land und ein paar Kühe und können sich davon schön erhalten und er lebt da in seinem Familienleben. Hat auch ein paar Kinder, wunderschöne kleine Kinder, weil Anarada Muni ist ja wunderschön und dieses Mädchen oder diese Frau war auch wunderschön und hatten sie wunderschöne Kinder und Anarada Muni war total glücklich in der Situation. Er liebt seine Frau, sie war auch total liebevoll zu ihm, die Kinder sind lieb, er hat alles, was er braucht und fühlt sich einfach nur wohl. Und eines Tages beginnt so ein Regen, am Anfang ein bisschen schwach, aber wurde immer stärker, so wie jetzt gerade. Bei uns draußen ist gerade so ein Sintflutartiger Regen und so begann das auch, ein leichter Regen wurde immer stärker, es wurde Sintflutartig und in kurzer Zeit ist der Fluss über das Ufer getreten und es wurde zu einer, es kam zu einer Überschwemmung und das Wasser kam immer näher, immer näher und Anarada Muni hat das beobachtet und wollte natürlich alles in Sicherheit bringen, alle auch in Sicherheit bringen. Das Wasser ist immer weiter gestiegen und er konnte nichts anderes tun, als seine Familie mit den Händen halten, damit sie nicht davon schwimmen und sie wurden aber von den Wellen weggetragen, es war wirklich, wirklich kritisch und er hatte ein paar Kinder und er konnte nicht alle halten und sie konnten sich nicht gegenseitig halten, plötzlich ist das erste Kind von dem Wasser weggetragen worden und er sieht nur das Kind und ist fast im Schock und in Sorge um sein Kind, aber er kann nichts tun und er muss sich jetzt noch um die anderen kümmern, dass die da bleiben. Plötzlich wird das nächste Kind auch weggerissen und ein paar Kinder waren es halt und auf einmal waren die Kinder alle weg und er kann nichts dagegen tun, die Kraft war unbändigbar, er war hilflos, er hält sich noch an seine Frau an, sie halten sich gegenseitig und auch sie wird von dem Wasser weggerissen, auch sie wird von dem Wasser weggerissen und plötzlich hat er gar nichts mehr, gar nichts mehr und dann fällt er in Ohnmacht und kommt dann wieder zu sich, kommt wieder zum Bewusstsein, der Fluss ist wieder zurückgegangen, die Überschwemmung ist zurückgegangen, er sitzt an dem Ufer des Flusses und ist total traurig natürlich, schockiert und plötzlich hört er hinter sich eine Stimme, Oh, Naira Damuni, hast du das Wasser vergessen? Und er schüttelt seinen Kopf und guckt und sieht, Oh, er hat diesen Wasserkrug noch in der Hand, er wollte gerade Wasser holen und zieht Krishna an und sagt, Oh, Krishna und Krishna steht nur lächelnd da und Naira Damuni verstand, Oh, das war die Unterweisung, ich wollte wissen, wie Maya funktioniert, Krishna hat es mir gezeigt, auf sehr praktische, anschauliche Weise. Ja, so ist das alles passiert oder nicht passiert, manchmal fragen, aber die Geschichte soll verdeutlichen, Naira Damuni ist eine befreite Seele und was ist passiert? Er hat sich identifiziert mit dem Vergänglichen. Die Frau, die Kinder sind alle Seelen in physischen Körpern und wenn wir glauben, wir sind der Körper und wir wollen das für Ewig und immer aufrechterhalten, dann werden wir leiden, dann werden wir leiden, weil wir wollen etwas haben, was es nicht zu haben gibt. In gleicher Weise, wir werden alle die Vergänglichkeit kosten, erleben. Wir werden sehen, wie sich alles um uns herum auflösen wird. Freunde werden gehen, vielleicht sterben sie oder sie verlassen uns einfach. Ja, also wir hatten doch alle schon so viele Beziehungen, Bekanntschaften. Baktevino Tarku, einer unserer Weisen sagt, Beziehungen im Leben oder Menschen sind wie zwei Strohhalme, Grashalme, die den Fluss hinunter schwimmen und plötzlich kommen sie zusammen, sind für eine Zeit lang zusammen, aber durch die Wellen des Schicksals werden sie auch wieder getrennt und gehen anderer Wege und treffen mit anderen Strohhalmen zusammen und so ist dieser Fluss der Zeit, dieser Fluss der Zeit bewegt uns eben durch das Leben. oder wir schwimmen durch diesen Fluss der Zeit und verstehen nicht die Vergänglichkeit, die wir schon zigmal erlebt haben und warum verstehen wir es nicht? Aufgrund von Vergesslichkeit. Wir vergessen immer wieder die Vergänglichkeit und nicht nur vergessen wir die vergänglichen Situationen vergangener Leben, wir vergessen es ja schon in diesem Leben, dass alles immer wieder geht und wie wir immer wieder wollten, dass es bleibt und es hat sich wieder aufgelöst und darum sagt die Bhagavad Gita ganz krass in einem Vers im 13. Kapitel und spricht über diejenigen die mit der Sicht der Ewigkeit sehen was auch bedeutet dass sie mit der Sicht der Vergänglichkeit sehen weil sie den Kontrast haben ja so man kann die Vergänglichkeit nur verstehen wenn man die Ewigkeit versteht sozusagen oder man kann nur glücklich in der Vergänglichkeit leben wenn man die wahre Ewigkeit versteht weil man dann von der Vergänglichkeit nicht nicht um sie trauert weil man versteht es ist eben so und ich habe einen Anker des Tatsächlichen mein 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 ich bin verankert mit dem Tatsächlichen mit dem Ewigen mit der Wahrheit letztendlich und deshalb lernen wir im Krishna Bewusstsein mehr und mehr eben Krishna bewusst zu sein und unsere Hoffnung unsere Freude und unsere Identität sogar in Krishna und mit Krishna zu finden was das materielle Leben vollkommen relativiert nicht vollkommen natürlich ich bin auch Familienvater ich habe auch eine Frau ich habe auch brauche auch so viele Dinge und ich kann nicht sagen ich bin vollkommen losgelöst davon definitiv nicht aber mit dem aber ich denke ich gehe schon anders an die Sache ran als wenn ich kein spirituelles Verständnis hätte also diese Geschichte soll ja auch nicht sagen hey habe keine Liebe für deine Kinder oder deine Familie oder so nein habe die wahre Liebe für sie habe keine egoistische Liebe sondern spirituelle Liebe wodurch du verstehst die sind Seelen wir haben jetzt eine Aufgabe zusammen ein Leben zusammen und jeder geht dann auch wieder seines Weges und wir versuchen uns nun so gut wie möglich zu unterstützen und zu helfen im spirituellen und nicht zusammen einfach nur Materie genießen und einfach schauen dass wir sozusagen ein schönes Leben haben und das beste aus dem Leben rausholen was man rausholen kann nein wir unterstützen uns gegenseitig in unserer spirituellen Entwicklung ja dennoch schönes Bild ja und wie gesagt das sind auch diese Bilder sind Fenster in die spirituelle Welt und so wollen wir mehr und mehr wenn es eben heißt mit der Sicht der Ewigkeit sehen so wollen wir mehr und mehr in dieser Realität leben und durch unsere Meditation schaffen wir das dass wir tatsächlich in dieser Welt oder einer ähnlichen Krishna Welt leben wir wollen natürlich in Vrindavan leben bei Krishna leben und wenn wir Krishnas Namen chanten den Hare Krishna Mantra Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Dadurch können wir Krishna erleben weil der Name ist nicht verschieden von Krishna und so können wir in Krishnas Realität eindringen durch unsere Meditation leben wir in dieser ewigen Welt so nun fragt Aljuna mein lieber Krishna warum handelt jemand negativ obwohl er nicht will warum wird jemand fast schon gezwungen etwas zu tun was er nicht möchte warum handelt man in der Materie in der Illusion obwohl man vielleicht schon zumindest gehört davon dass es eine Illusion ist Krishna antwortet mit diesem Vers und er sagt es ist Lust allein die aus Berührung mit der materiellen mit der materiellen Erscheinungsweise der Leidenschaft geboren wird und sich später in Zorn umwandelt sie ist der alles verschlingende sündige Feind dieser Welt das ist ein Vers der Bhagavad Gita aus dem dritten Kapitel Karma Karma Lust es ist Lust allein weil Lust Karma ist der Drang zu genießen selbst etwas zu erleben etwas zu erfahren für sich zu tun Karma bringt uns dazu nach Materie und Glücksmomenten der Materie zu streben Lust ist der Antrieb uns mehr in die Materie in die Illusion hinein zu bewegen aufgrund dieser Lust wollen wir wollen wir was erreichen in der Welt ich will ein Millionär sein ich will reich und berühmt sein ich will ich will einen Doktortitel oder was auch immer die Lust ist voller Wünsche wir haben so viele Wünsche von denen wir uns erhoffen wenn sie erfüllt werden dass wir glücklich sind sondern Krishna sagt diese Lust ist dieser Antrieb und wenn diese Lust die wandelt sich aber auch in Zorn beziehungsweise es gibt ein Gegenteil von dieser Lust wenn die Lust nicht erfüllt wird und das ist ein wichtiger Punkt den müssen wir verstehen Liebe und Hass gehören zusammen die sind untrennbar miteinander verbunden Karma Liebe also diese falsche Liebe ein Unterschied zwischen hier wurde auch schon zwischen im griechischen glaube ich sagt man Eros und Agape Eros ist ja die natürlich erotische Liebe oder egoistische Liebe und Agape ist eigentlich die göttliche Liebe so diese Eros und das Gegenteil davon ist Hass warum weil Eros ist diese sinnliche egoistische Liebe und wenn die nicht mehr erfüllt wird der nicht mehr gedient wird dann sind wir zornig wenn etwas oder jemand nicht mehr meinen wünschen entspricht dann mag ich diese Person oder diese Sache auch nicht mehr wir sind nicht selbstlos wir erwarten immer was in unseren Beziehungen nur wenn du so und so bist dann liebe ich dich wenn du nicht so und so bist dann liebe ich dich nicht nicht ist natürlich keine liebe natürlich wenn wir Beziehungsbedürfnisse haben klar muss die Person auf eine gewisse Art und Weise zu uns passen und unsere egoistischen Wünsche erfüllen und wir müssen das auch tun das ist halt der Beziehungsvertrag und dem kommen auch spirituelle Menschen nicht aus aber man versucht dann diese Notwendigkeiten nach Beziehung und Liebe und Geborgenheit und Familie mit einem spirituellen Inhalt zu füllen wodurch dann diese weltliche Liebe und dieser Egoismus und so weiter transformiert wird und man durchschaut das auch und man lebt in der Beziehung nicht mehr um nur was rauszuholen sondern viel mehr lebt man dafür um was zu geben oder du willst ja nicht dass dein Kind dein Angestellter ist dein Kind dem dienst du du tust was für das Kind und du lernst die freudvolle wunderbare Erfahrung zu machen das dienen selbstlos etwas zu tun für andere dich erfüllt und dich zu zu Frieden stellen und du verstehst das ist es worum es geht es geht um es dienen um das selbstlose um das geben ganz wichtig aber wenn das nicht der Fall ist dann wird diese Lust immer einen negativen Effekt haben weil alles vergänglich ist alles ist vergänglich und es erfüllt dich nicht mehr du hast nichts mehr davon und dann wirst du im schlimmsten Fall sogar zornig und wie gesagt das kennen wir doch alle wir haben doch sicher schon mal ein paar Menschen in unserem Leben gehasst manchmal für kurz oder für lang aber sicher schon mal vorgekommen warum weil diese Person hat mir nicht gedient oder ich hatte sie geliebt und aus irgendeinem Grund auf einmal nicht mehr oder hat mich enttäuscht und dann hasst man so und dann sagt Krishna noch dazu diese Lust ist der alles verschlingende und sündige Feind dieser Welt weil durch diese Lust kommt man vollkommen in den Strudel der Negativität und des Egos und deshalb sagt Krishna auch bezwinge diesen Feind bezwinge die Lust und wie machen wir das ja indem wir Krishna Bewusstsein praktizieren weil unser Bewusstsein gewandelt wird und wir das alles verstehen und durchschauen und unser niederes Ego überwinden können wir verstehen ich muss nicht so sein ich kann ganz anders sein du holst das beste aus dir raus du holst das gute das selbstlose das schöne aus dir raus und überwindest eben deine niederen Bedürfnisse Eigenschaften Anhaftungen du brauchst das nicht mehr du wirst frei um gut zu sein so nun habe ich noch eine Geschichte aber einen Moment ich brauche einen Schluck Wasser bin schon wieder da danke für die Geduld noch eine interessante Geschichte die sehr ausführlich ich habe es auch schon oft erzählt ehrlich gesagt aber sie passt halt wieder rein und ich mache es auch kurz eine tolle Geschichte aus dem 12. Kanto des Srimad Bhagavatam also wer Interesse hat am Srimad Bhagavatam das ist natürlich dann die ausführliche vedische Wissenschaft Bhagavad Gita ist so das ABC und das Bhagavatam führt das noch sehr ausführlich aus ein Riesenwerk und da gibt es eine Geschichte von einem Weisen wiederum der heißt Makandea und der hat und wollte auch die Maya sehen und Krishna hat eher interessanterweise was ähnliches gemacht er hat auch eine Überflutung kommen lassen also der Weise der war jetzt nicht verheiratet oder so der war einfach in seiner Einsiedelei und hat meditiert aber plötzlich kam es zu einer gewaltigen Überflutung es heißt sogar es war eine kosmische Überflutung das Wasser hat praktisch die ganze Welt eingenommen und er trieb für lange Zeit so durch dieses Wasser und litt eigentlich sehr weil ja das war nicht schön aber dann hat er in der Ferne eine Insel gesehen eine wunderschöne Insel und ist dort hingeschwommen hingetrieben worden und plötzlich sah er einen kleinen Jungen der natürlich Krishna war also da kann man jetzt nicht viel verheimlichen hat gesehen wie Krishna als kleines Kind auf einem großen Blatt ich habe gehört es war ein Feigen Blatt manchmal heißt es auch ein Blatt von einem Banyan Baum auf einem großen Blatt hier sieht man er war auf einem Ast ich weiß nicht mehr ob das war im Wasser oder auf der Insel jedenfalls saß er auf diesem Lager auf dem Ast auf dem Blatt lächelnd inmitten dieser gewaltigen Katastrophe weil es wird in den Weden beschrieben dass das Universum geht immer Zyklen oder Momente wodurch der Zyklus immer wieder erneuert wird und bei der Vernichtung kommt es tatsächlich zu gewaltigen Überschwemmungen also die Überschwemmungen sind Gezeitenwechsel und wir kennen das natürlich auch aus der Bibel da ist auch so eine Überschwemmung mit der Ache vom Noah und so weiter aber das findet sehr oft statt also wenn man aus der Ewigkeit blickt natürlich dann findet das oft statt weil das alle paar hunderttausend oder paar Millionen Jahre eben stattfindet und es gibt auch verschiedene Kategorien von Vernichtungen gehe jetzt nicht drauf ein aber jedenfalls die sind auf jeden Fall immer Vernichtungen sind Erneuerungen eigentlich weil wenn das Alte vernichtet wird kann das Neue entstehen und so gibt es das auch auf kosmischer Ebene so jedenfalls sieht er dann diesen kleinen Jungen und der hier lächelt und ihn lächelnd anblickt und wunderschön ist und tatsächlich das steht im Bhagavatam weil Krishna ist wirklich humorvoll und das Bhagavatam ist ein jahrtausende altes Sanskrit Werk schon interessant welche Ideen wir da vermittelt bekommen dieser Junge knuckelt an seinem großen Zeh er saugt dann hat seinen eigenen großen Zeh im Mund und wer Kinder und kleine Kinder hat weiß dass die das tatsächlich manchmal machen die nehmen ihren eigenen Fuß in oder Zeh in den Mund und es heißt warum hat Krishna das in der Situation gemacht natürlich weil er ganz verspielt so ein kleines Kind sage ich mal nachmachen wollte aber es heißt auch weil die großen Weisen die großen Devotis die streben immer nach den Lotus Füßen von Krishna deshalb die Füße von Krishna werden als Lotus Füße bezeichnet und es heißt die sind voll mit dem Nektar der Unsterblichkeit Amrita und so so wollen die die Devotis immer die Lotus Füße von Krishna erreichen und Krishna dachte sich warum wollen die immer meine Lotus Füße was ist denn da dran und hat an seinem Zeh gesaugt und wollte mal testen was finden die da so cool an meinen Lotus Füßen so jedenfalls kam da dieser Makandeya Muni an an dieser Insel und sieht den Krishna ist auch total beeindruckt von Krishnas Aussehen und Herrlichkeit und Schönheit und Lächeln und so weiter Krishna guckt ihn an und was hat Krishna nun gemacht er hat Makandeya verschluckt und er hat nicht nur den Makandeya diesen Weisen eingeatmet und verschluckt sondern alles andere auch und plötzlich war Makandeya in Krishna drinnen und sieht in Krishna erstens ist er in einer Welt die wunderschön ist und alles ist wieder geordnet und toll aber ihm wird plötzlich auch wie soll ich sagen ich komme nachher noch dazu die Matrix offenbart er sieht er steht hinter der Welt weil er ist ja gerade in Krishna drin aus dem ja alles kommt und Krishna sieht ja von der anderen Seite praktisch und er sieht plötzlich wie alles beschaffen ist und alles geschaffen ist und wie alles funktioniert und wie alles interagiert und wie alles verbunden ist wie letztendlich alles mit Krishna verbunden ist und wie Krishna mit seinen mächtigen Energien alles bewegt und erschafft und uns zustande bringt er sieht den Plan und die Umsetzung des Plans sieht alle Devas alle Lichtwesen die die Auftrag also die beauftragt sind die Materie zu verwalten er sieht Shiva und Vaya und Thurga und Agni und so weiter er sieht die Prinzipien der Schöpfung er sieht alle Seelen er sieht wie alles nach dem Karma manipuliert oder abläuft er sieht die Strukturen den Plan der materiellen Welt der Maya sozusagen und er sieht wie all diese Akteure in der Materie in Wirklichkeit spirituelle Seelenwesen sind die aber durch Maya in Illusion sind und plötzlich sagen ja ich bin der Kaufmann und ich bin hier der Arbeiter und ich bin Hund und ich bin eine Katze und ich bin dies und ich bin jenes und er sieht eigentlich ihr seid alle in Illusion er sieht wie Krishna alles sieht weil wenn Krishna in diese Welt jetzt hier den einander rumhampeln und hier was erzählen er sieht die Seele die diese Wunsch Impulse in die Materie gibt wodurch plötzlich in der externen Welt hier ja all diese Aktionen hier stattfinden Krishna sieht das alles er sieht hat den totalen Durchblick und das sah Makande auch er sah die ganze Welt mit all ihren Vorgängen und Personen wie sie da rumwuseln und machen und tun und geboren werden und sterben und die Seele gedübern den nächsten Körper aufgrund von Karma er sieht auch den darüber liegenden Plan warum jemand in diesem oder jenen nächsten Körper geboren wird er sieht die Zusammenhänge die Umstände die Zukunft die Vergangenheit so so wie Arjuna auch als Arjuna die universelle Form von Krishna gesehen hat hat er Vergangenheit Gegenwart und Zukunft gesehen und und gesamten Raum die gesamte Welt und Krishna sagt das eben in der Bhagavad Gita ich gebe dir göttliche Augen weil Arjuna wollte nicht die Illusion sehen er wollte halt Krishnas universelle Form sehen also er wollte nicht in die Illusion geraten und Krishna sagt das kannst du nicht sehen wie willst du diese mächtige meine mächtige Form sehen wie willst du sehen wie ich das alles mache das kannst du nicht sehen aber weil du mein Freund bist weil hier sagt das Arjuna obwohl ich dich in deiner wahren Identität hier vor mir sehe so wie du dich selbst beschrieben hast möchte ich sehen wie du in diese kosmische Manifestation eingegangen bist ich wünsche mir diese deine Form zu sehen ich wünsche mir diese mächtige Form zu sehen und dann er sagt doch wenn du denkst dass ich imstande bin deine kosmische Form zu sehen um Meister aller mystischen Kraft dann sei bitte so gütig mir diese unbegrenzte universelle Form zu zeigen universal selbst zu zeigen und dann sagt Krishna ja okay dann werde ich dir meine füllen zeigen hunderttausende von verschiedenen göttlichen und vielfarbigen Formen und so weiter und so weiter und dann sagt er hier doch in deinem gegenwärtig mit deinen gegenwärtigen Augen kannst du mich nicht sehen deshalb gebe ich dir göttliche Augen erschaue meinen mystischen Reichtum ich gebe dir da Dami göttliche Augen göttliche Sicht Krishna gibt ihm die göttliche Sicht und Aljunas sieht etwas ähnliches was hier Makandeer gesehen hat und ja wenn ihr mehr wissen wollt lest die Bhagavad Gita das war aus dem elften Kapitel gelesen so Makandeer sieht wie gesagt all das und er kann es auch gar nicht fassen ja der Wunsch von ihm ist erfüllt und plötzlich spuckt den Krishna wieder aus Krishna spuckt ihn aus und spuckt ihn wieder ins Wasser rein und das zeigt auch ich meine Krishna hat so viel Fantasie und so viel Humor es ist einfach erstaunlich und so wie auch ich habe gehört Nietzsche sagt ich glaube nicht an Gott ich könnte nur an einen Gott glauben der musiziert und tanzt also praktisch ein Gott der einfach locker ist und nicht nur so dieser abramitische Gott der Ordnung des Gesetzes und so weiter sondern ein lockerer Gott und deshalb ich habe es ja nicht gelesen ich habe nur damals in den 80er Jahren den Film gesehen aber deshalb geschahen ja all die Morde in dem Kloster wenn ihr wisst was ich meine weil niemand durfte wissen dass Jesus gelacht hat damit haben wir kein Problem Krishna lacht Krishna singt Krishna tanzt Krishna macht scherze Krishna ist humorvoll und vor vielen vielen Jahren als ich ganz am Beginn war meiner spirituellen Krishna Reise hatte ich einen Freund der kurzzeitig auch mit mir auf dem Weg war und es ist ja schon was ganz ganz krasses ich gebe es ja zu Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes die absolute Wahrheit Gott selbst zu akzeptieren das kann nicht jeder ich wünsche es jedem aber ich verstehe auch wenn es nicht jeder kann obwohl es ganz leicht ist und irgendwie durfte ich akzeptieren durfte ich in meinem Herzen akzeptieren und ich hatte einen Kumpel der mit mir auf dem Weg war damals und der hat dann auch dran geglaubt sag ich mal der war dann auch am Weg und er hat zu mir gesagt ja der Name der Rose also hier wurde gefragt welches Kloster das war beim Namen der Rose und der hat dann zu mir gesagt ja es kann ja gar nicht anders sein es kann nur Krishna sein und er hat gesagt weil wenn ich mir aussuchen könnte wie ich sein wie ich sein will oder wie ich sein könnte wenn ich Gott wäre und ich könnte es mir aussuchen klar wäre ich wie Krishna das ist perfekte Form ein ein Junge der spielt und tanzt und lacht der Spaß hat der alle Mächte hat allmächtig ist der alles weiß er absolut ist in jeder Hinsicht aber gleichzeitig total verspielt und einfach eine gute Zeit hat es kann gar nicht anders sein und ein Religionsforscher da müsste ich nachforschen wer das war aber der hat mal ich glaube zu den Devotees auch gesagt der hat viel studiert viele Religionen studiert und er hat auch gesagt er ist dann zur Schlussfolgerung gekommen Krishna ist Gott also Krishna ist Gott ob er jetzt nur aus akademischer Sicht gesagt hat oder persönlicher und er hat gesagt ja weil ich habe all die Religionen studiert und alle Götter müssen irgendetwas tun in jeder Religion ob es einen Gott gibt oder mehrere Götter gibt alle müssen etwas tun der Einzige der nichts tun muss ist Krishna er spielt auf seiner Flöte er spielt mit seinen Freunden er tanzt mit den Gopis er hat immer eine gute Zeit das ist seine Natur alle anderen Götter müssen schöpfen verwalten bestrafen wirken haben immer was zu müssen sterben manche Götter müssen sterben aber Krishna hat immer eine gute Zeit so müsste Gott sein so Krishna kommt zumindest dem Gott am nächsten oder meiner Ansicht nach Krishna ist es Krishna he is the one and only I am the one and only he is the one and only ok so der Makandeer wurde ausgespuckt sah nochmal Krishna plötzlich war Krishna verschwunden und wie bei Narada Muni plötzlich saß der Makandeer dann auch wieder in seiner Einsiedelei und hat eben eine wunderbare Erfahrung da bekommen und hat eben erlebt wie Maya wirkt aber er hat es nicht aus seiner Sicht gesehen wie Narada Muni sondern er hat es aus Krishnas Sicht gesehen er hat den Überblick bekommen so meine lieben Zuseher ja ich habe noch ein paar Punkte also ich hoffe ihr seid noch fit wir haben auch viele Zuseher wer noch nicht mag ich geklickt hat klickt doch bitte mag ich abonniere den Kanal und ja wenn du mich unterstützen möchtest wenn du das cool findest was ich hier mache wenn das hilfreich ist inspirierend ist all das was ich hier tue lebt von deiner Unterstützung geh mal in die Videobeschreibung geh in meinen Online-Shop kauf dir eine Bhagavad Gita und noch andere Bücher und Räucherstäbchen und so weiter du kannst mit einer Spende helfen und ganz besonders wir haben nämlich auch einen richtig coolen Online-Club und dort habe ich meine Videokurse also wenn du noch mehr lernen möchtest von mir ich habe schon acht Videokurse und noch ein paar Videoserien kommen dazu aber acht ausgearbeitete Videokurse und all diese Kurse bekommt man für nur 18 Euro im Monat und dann bist du im Bhakti Club da hast du Gemeinschaft mit vielen anderen die sich damit beschäftigen kannst Fragen stellen kannst lernen kannst posten und jeden Donnerstag gibt es einen exklusiven Livestream für den Bhakti Club und wie gesagt ich arbeite immer an Online-Kursen und mittlerweile sind es schon acht hier habe ich einen über das Kali-Yuga mit Videos mit Quiz und so weiter ich habe einen Kurs über die Mantra Meditation ich habe einen Kurs über die Philosophie über alles mögliche schon acht Kurse und es werden immer mehr und all das wie gesagt für nur 18 Euro im Monat in der Videobeschreibung findest du einen Link zum Bhakti Club und dafür würde mich freuen dich auch dass du das mal ausprobierst man kann auch jederzeit wieder kündigen kannst einfach ausprobieren und dazu kommen und da kannst du noch mehr lernen über das ganze Vedische Wissen und da bin ich eigentlich auch sehr präsent und kann man mich gut erreichen so das war nun meine kleine Werbeschalte und nun geht's weiter Hare Krishna so Maya kann man in der Hinsicht vergleichen mit einer virtuellen Realität denn eine virtuelle Realität ist eine Scheinwelt in der man in die man sich begeben kann und in der man ja etwas tun kann natürlich unsere Realitäten die wir so kreieren die Identifikation die ist noch nicht vollumfänglich Maya ist die vollkommene virtuelle Realität weil hier sind wir total überzeugt wir zu sein sozusagen wohingegen in der virtuellen Realität da ist man bedingt überzeugt noch dazu weil natürlich nicht alle Sinnes Eindrücke kommuniziert werden können hier sind wir total wie soll man sagen vollumfänglich in dieser Illusion wir können mit dieser Materie durch die fünf Sinne die uns gegeben sind in Interaktion treten und so weiter und eine virtuelle Realität ist ein bisschen ähnlich und in einer Hinsicht ist eben die materielle Welt eine solche Realität die eine illusorische Realität sozusagen die von Krishna geschaffen wurde und in die wir uns sozusagen hineinbegeben hineinbeamen und so sind wir alle wie Avatare in dieser Realität und bewegen uns durch diese Welt wie in einer virtuellen Realität in der du bist aber du bist repräsentiert von einer digitalisierten Version von dir und diese digitalisierte Version von dir kannst du durch diese Welt bewegen kannst Abenteuer erleben kannst alles mögliche tun und mehr und mehr glaubt man ja das bin ich und natürlich jetzt mit diesen Brillen die es da gibt die sollen diese Illusion in dieser Welt zu sein natürlich noch verstärken und du projizierst dich dann eben in diese Welt hinein so nun wir sind auch in diese Welt hinein projiziert ja wir sind auch in diese Welt hinein projiziert aber wir sind eigentlich nicht Teil dieser Welt genauso wie wie ein Mensch der halt diese virtuelle Realität wahrnimmt nicht Teil dieser Welt ist und so wird immer das Beispiel gegeben vom Fisch den du aus dem Wasser nimmst wir sind momentan ein Fisch den man aus dem Wasser genommen hat wir gehören aber ins Wasser in gleicher Weise wir sind eine Seele die aus der spirituellen Welt genommen wurde oder sich die sich daraus entfernt hat von der spirituellen Welt weil im Vishnu Purana gibt es einen Vers da wird die Seele verglichen mit dem Funken eines Feuers da ist Gott praktisch das Feuer Krishna ist das Feuer und dann gibt es Funken und solange der Funken in der Nähe des Feuers ist dann glüht er und ist dem Feuer gleich aber begibt sich dieser Funken zu weit weg vom Feuer dann erlischt er in gleicher Weise sind wir momentan wie solche Funken die sich vom Feuer zu weit weg bewegt haben und unser spirituelles Licht ist praktisch erloschen und nun sie ist nur die Materie präsent und deshalb wenn wir uns nun wieder in die Nähe des Feuers begeben wird unser Feuer wieder erwachen und wie können wir das tun genau indem du das tust was du jetzt gerade tust indem du dich über Krishna informierst indem du das lernst indem du Bhagavad Gita liest indem du betest indem du meditierst indem du über Krishna nachdenkst über Krishna meditierst indem du den Hare Krishna Mantra chantest indem wir uns halt wirklich mit unserem Bewusstsein auf Krishna begeben also wir müssen uns nicht physisch na klar physisch wir können in den Tempel gehen und so weiter das gehört dazu aber primär geht es darum das Bewusstsein auf Krishna zu richten und wie macht man das vier Aspekte der Name von Krishna die Form von Krishna die Eigenschaften von Krishna und die Spiele oder Abenteuer von Krishna wenn du diese vier hörst die Beschreibungen hörst dann bist du bei Krishna und je mehr du das tust desto besser das tust wirst du merken oh da wird was reaktiviert Krishna reaktiviert deine spirituelle Identität er reaktiviert dein spirituelles Wesen weil das spirituelle Wesen ist richtig richtig krass jeder von uns ist richtig 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 krass die Veden erklären wir sind ewig voller reinem Bewusstsein oder wir sind reines Bewusstsein und wir sind voller Glückseligkeit oder Freude Satchitananda heißt das Satchitananda das ist was wir wirklich sind und das können wir auch wirklich erfahren und Krishna reaktiviert das das nennt sich Krishna Bewusstsein das was wir hier leben und erleben genau so wir sind unsere eigenen Avatare weil Avatar bedeutet ja derjenige der herabsteigt und dieses herabsteigen heißt in einer Hinsicht auch hineinsteigen sich hineinbegeben also Avatar ist jemand der kommt von der anderen Seite hinein in die materielle Welt der Avatar kommt nicht von einer materiellen Situation in die andere materielle Situation ja der kommt jetzt nicht Avatar bedeutet nicht wenn ich von hier nach Amerika oder nach Indien fliege dann bin ich kein Avatar Avatar ist auch nicht jemand der vom Mond auf die Erde kommt oder nicht einmal von der höchsten Dimension im Universum Satyaloka auf die Erde nein Avatar bezieht sich auf diese Wesenheit die tatsächlich die Grenze zwischen materieller und antimaterieller Realität über überwindet also Avatar bedeutet jemand der kommt aus der anderen Welt der spirituellen Welt in die materielle Welt und wir sind ja Seelen und die Seele kommt aus der spirituellen Welt so sind wir alle Avatar nur natürlich wir bestellen großer Unterschied zwischen einem richtigen Avatar und uns und der Unterschied ist dass ein richtiger Avatar nicht in Illusion gerät wenn er in die materielle Welt kommt kommt richtige Avatar kommt aus der spirituellen Welt und behält seine spirituelle Identität und Bewusstsein bei und wird nicht verwirrt von der Materie wir hingegen sind verwirrt von Materie und haben vergessen wer wir sind so deshalb sind wir so Pseudo Avatare wir sind Pseudo Avatare und der absolute Avatar ist Krishna selbst weil Krishna residiert in der spirituellen Welt das heißt In diesem wunderschönen Vers der Brahma Samhita das ist dieses wunderschöne Buch hier die Brahma Samhita die Hymne des Schöpfers der Schöpfer glorifiziert hier Krishna weil der Schöpfer Brahma ist nicht der absolute Schöpfer da gibt es noch jemand dahinter und das ist Krishna und das ist die Hymne des Schöpfer Gottes Brahma und da singt er wunderschön über die spirituelle Welt und über Krishna und da beschreibt er Chintamanidam die spirituelle Welt ist gebaut aus antimaterieller Energie und beschreibt wunderschön Krishnas Tätigkeiten und der absolute Avatar Krishna zitiert in dieser spirituellen Welt und kommt manchmal eben in die materielle Welt und verliert nicht sein Bewusstsein er wird nicht angezogen von Materie das ist praktisch wenn du ein Computer eine digitale Welt eine virtuelle Welt programmierst und da baust du dir eine Stadt mit Straßen und Gebäuden und dann kannst du alle Zimmer in den Gebäuden designen und dann schaffst du viele andere Computer Figuren die laufen da rum die machen alles mögliche und dann machst du eine Riesen Welt und dann gehst du selber da rein und schaust dir das alles an und erlebst das alles für dich selbst aber du weißt hey ich habe das alles programmiert ich bin davon da draußen gekommen jetzt laufe ich da rum und das ist was Krishna tut Krishna schafft diese ganze Welt das ganze Universum mit allen Dimensionen und wie das halt funktioniert mit all den Vorgängen mit all den Prinzipien Gesetzmäßigkeiten und manchmal von Zeit zu Zeit er sagt Yuge Yuge Krishna sagt in der Bhagavad Gita Yuge Yuge von Zeit zu Zeit Zeitalter nach Zeitalter komm ich sagt er komm ich aber er weiß hey ich habe das ja alles gemacht das ist ja meine Welt eigentlich also meine materielle Welt er hat ja auch noch seine spirituelle Welt die auch viel cooler ist aber trotzdem ist das auch seine Welt und läuft herum macht alles mögliche und er kann das ist auch das coole er ist frei er kann handeln wie er möchte er muss nicht so handeln wie wir weil wir stehen unter den Gesetzmäßigkeiten dieser materiellen Welt da haben wir Limits wir können verschiedene Dinge tun und verschiedene Dinge nicht tun er kann machen was er möchte er er kontrolliert die Gesetzmäßigkeiten Schwerkraft und was auch immer für Kräfte ja so deshalb kann er Wunder machen deshalb kann er sogenannte Wunder machen weil er kontrolliert Materie okay so ihr kennt sicher diesen Film und jetzt möchte ich kurz darüber sprechen weil dieser Film schon viele Parallelen hat zu dem heutigen Thema der Maya der Materie Energie und der Illusion Matrix Matrix steht eigentlich für die Maya und Matrix ist natürlich genau eine solche programmierte Illusion nur natürlich der große ganz große Unterschied zwischen der vedischen Maya und dieser Matrix Maya ist dass in der Matrix diese Illusion von Bösen oder Wesen mit böser Absicht geschaffen wurden wohingegen die vedische Maya von einem Wesen geschaffen wurde das gute Absichten hat obwohl die Maya eigentlich auf uns negativ wirkt könnte man sagen und manche kommen dann schon zum Schluss und sagen ja Moment mal warum gibt es dann diese Illusion warum müssen wir auch leiden in dieser Welt wenn doch derjenige der das alles gemacht hat gut ist das passt doch nicht zusammen und dann sagen sie dann glaube ich nicht an solch ein Wesen das kann nicht sein aber sie vergessen vollkommen die Möglichkeit dass Krishna diese Welt nur geschaffen hat aufgrund unserer Wünsche ja und da kommt eben der freie Wille ins Spiel weil wir wollen eine solche Welt genauso wie Narada Muni vorher gesagt hat Krishna ich möchte die Illusion erleben natürlich er wollte jetzt nicht gleich so eine heftige Illusion aber man muss dazu sagen Narada Muni wollte die Illusion erleben Krishna hat ihn gewarnt Narada Muni hat es erlebt hat Wunderschönes erlebt eine Wunderschöne Frau bekommen und Kinder und alles aber hat auch die andere Seite erlebt weil die materielle Welt ist die Welt der Dualität und Dualität heißt es gibt auch immer eine andere Seite es gibt Glück und Leid für uns alle ich sehe gerade also wie gesagt Kommentare nehme ich eher immer am Schluss dran aber weil die gerade reinpassen Inception oder der 13. Flur 13th Floor ja das waren auch so Filme die also es gibt ja einige Filme die mit dieser Illusion spielen auch Shutter Island und es gibt eben verschiedene Geschichten die oder sagen wir so es gibt verschiedene Möglichkeiten in denen eine Geschichte eine Illusion kreiert die halt voll umfänglich ist bei Shutter Island war es eigentlich mehr eine Phobie oder wie sagt man nicht Phobie eine Psychose sogar manchmal sind es eben solche Computer Welten und da kommen die Lebewesen drauf oh ich lebe in so einer Welt oder in dem Film wie war das Dark City da war es ja auch von bösen Wesen also von Außerirdischen eigentlich eine solche Illusion geschaffen oder Inception da war die Illusion ja dass sie in den Traum hineingehen konnten und da lebst du in der Traumwelt und sie konnten den Traum manipulieren so ja und natürlich ist in diesen Geschichten die Illusion immer eine Antithese ist vielleicht das falsche Wort aber es ist eine eine ja eine bösartige Sache sagen wir einfach so eine bösartige Sache und die die Person wacht auf aus der Illusion und erkennt oh ich wurde mein ganzes Leben lang in Illusion gehalten und bei uns ist es eigentlich andersrum wir wachen eigentlich zu einer wunderbaren schönen Realität auf und verstehen dass die Illusion von mir selbst geschaffen wurde und ich gebe nicht Krishna die Schuld für meine Illusion weil Krishna erfüllt Wünsche da gibt es einen Namen von Krishna Bhava Krahijanardana Krishna heißt Bhava Krahijanardana und das bedeutet er reagiert immer auf deine Einstellung oder auf dein Bewusstsein oder letztendlich erfüllt alle deine Wünsche und so komisch es klingt aber das Leben das wir haben das ist durch bewusste und unbewusste Wünsche kreiert und das wirkt natürlich über Leben hinweg und hat natürlich auch was mit Karma zu tun so zurück zur Geschichte hier Matrix ja also da ist auch eine Illusion sie leben auch in einem Computerprogramm eigentlich und er wacht natürlich dann auf und wacht auf außerhalb der Matrix weil wieso eigentlich ist er da aufgewacht ja weil er die Pille da genommen hat und sieht oh ich bin eigentlich die ganze Zeit in so einem Tank drin gewesen und die saugen mir die Energie raus und ich habe da überall die Schläuche dran und so weiter dann ist er befreit und dann kommt er nochmal rein in die Matrix und kann die Matrix dann auch man kann sagen durchschauen und er nimmt dann die Matrix und das wollte ich vorher mit der Geschichte auch von Markan Deamuni beschreiben Markan Deamuni hat sowas eben gesehen er hat gesehen wie die Matrix funktioniert wie Krishnas Maya funktioniert und so wird das ja hier auch dargestellt und so sollen wir das eigentlich auch verstehen natürlich brauchen wir nicht unbedingt diese Sicht wir brauchen nur eine Sicht wir brauchen nur eine Sicht und das ist die Krishna bewusste Sicht und das bedeutet du siehst alles in Verbindung zu Krishna und Krishna selbst sagt das in der Bhagavad Gita jemand der alles in mir und wie ist der Vers ich kenne nur auf Englisch one who sees me everywhere and sees everything in me he is never lost to me nor am I ever lost to him also jemand der alles in mir sieht und mich in allem das ist der Punkt jemand der mich in allem sieht und alles in mir sieht von ihm bin ich niemals getrennt und dann haben wir die wahre Sicht das ist die Krishna bewusste Sicht alles in Verbindung mit Krishna sehen alles als Krishnas Eigentum sehen alles von Krishna geschaffen sehen alles mit Krishna verbunden sehen und was konnte Neo dann machen er konnte die Illusion kontrollieren manipulieren er konnte gestalten er konnte schaffen und so was ähnliches lernen wir auch weil wir lernen unser Karma praktisch in die Hand zu nehmen wir kommen raus aus der Lebensweise der Reaktion des reaktionären Lebensstils Reaktiv heißt ich muss immer reagieren auf die Impulse auf das was passiert und ich bin ein Spielball meines Schicksals meines Karmas der Umstände aber wenn du das Krishna Bewusstsein hast wenn du Krishna bewusst bist oder Gottes bewusst wir sagen das halt spezifischer Krishna bewusst dann wirst du frei von dem was Krishna vorher als den sündigen Feind und das Problem bezeichnet hat nämlich du wirst frei von Lust du wirst frei vom Egoismus du wirst befreit wie es auch heißt Mantra das was deinen Geist befreit dein Bewusstsein befreit letztendlich dich befreit und du kannst frei agieren wie jemand der frei wurde von einer Sucht und vielleicht habt der eine oder die andere die Erfahrung gemacht wart vielleicht süchtig oder abhängig vielleicht auch von einer Person in einer seltsamen Beziehung oder eben habt Drogen genommen oder Berauschungsmittel oder habt irgendwelche seltsamen Verhaltensmuster die euch immer wieder zu leiden lassen und zu seltsamen Handeln verleiten und wenn du es schaffst frei zu werden von so einer toxischen Beziehung von so einer Abhängigkeit von so einer Sucht plötzlich bist du Herr deiner selbst wie man sagt Herrin deiner selbst Meister deiner selbst du bist frei wow ich kann auf einmal was anderes tun und du kannst dein Leben in die Hand nehmen und das ist ein Aspekt ein Nebenprodukt des Krishna Bewusstseins so habe ich das auch erlebt wenn ich mein Leben wenn ich zurückblicke in meinem Leben bevor ich aufgewacht bin sozusagen es ist tatsächlich ein Aufwachen ich war ein Opfer meines Lebens ich war ein Opfer der Umstände ich war ein Opfer der Personen die in meinem Leben Leben waren ich war ein Opfer meiner Beziehungen ich war ein Opfer meines Geistes meiner Denkmuster Denkweisen meiner Gefühle ich habe das alles nicht kontrollieren können ich war keinen Einfluss darauf gehabt ich konnte mein Leben nicht bestimmen es war gruselig schrecklich fürchterlich weil ich vorher das Wort gruselig gelesen habe ja Wahnsinn und plötzlich wird man wach hey ich muss das nicht alles tun ich muss nicht so sein und wir bekommen durch die Bhagavad Gita durch dieses Wissen die neue Identität hey du bist eine Seele du bist spirituell du musst das alles nicht tun das macht dich auch nicht glücklich du brauchst das nicht tun du tust es ja nur weil du dir was davon erwartest aber da gibt es nichts da gibt es nichts zu holen in der Materienwelt gibt es nichts zu holen und zum Glück sage ich fast ist auch schlecht aber auch gut haben wir uns doch alle schon oft genug die Finger verbrannt und schon genug erlebt wir haben schon oft wir waren schon oft genug betrunken verschiedene Rauschzustände wir haben oft genug Sex gehabt vielleicht ist hier irgendjemand der noch nie in seinem Leben Sex gehabt hat aber ich glaube nicht 130 zu sehr ich denke wir haben alle schon Sex erlebt zur Genüge wir haben oft genug andere sinnliche Eindrücke gehabt ob das Musik war ob das Partys waren ob das Theater oder Filme oder Beziehungen was auch immer all das was die materielle Welt so bieten kann Reisen was auch immer und hat uns irgendwas schon mal ultimativ zufriedengestellt manches hat vielleicht dazu gedient zum Bewusstsein zum guten Bewusstsein zu kommen war ein Schritt in die richtige Richtung darum sage ich auch vielleicht waren viele dieser Erfahrungen gut vielleicht war das ganze Sex Drugs Rock and Roll gut aber nur in dem Sinn dass man versteht hey es funktioniert nicht habe ich erlebt ich bin nun eine weise Seele ich habe meine Erfahrung gemacht ich bin nun bereit für das Wahre aber sie war nicht Sinn fürs Glück in sich so wir lernen eben Freiheit Selbstbestimmung durch Krishna Bewusstsein und das ist das was hier auf dem Bild gezeigt wird wir werden jetzt keine mystischen Kräfte wie sie in den Veden genannt werden Siddhis bekommen müssen brauchen wir nicht du musst nicht fliegen können du musst keine Kugeln aufhalten können du musst nicht Gedanken lesen können und so weiter nein wir haben was viel cooleres viel cooleres ja wir können uns als spirituelle Lebewesen als das was wir sind als der der wir sind erkennen satchitananda ewig voller Bewusstsein und Glückseligkeit und wir werden frei das lässt mich zum nächsten Slide kommen der kommt noch davor und wir können unseren Feinden in die Augen sehen ja und wir werden nicht mehr besiegt du wirst nicht mehr besiegt von deiner Lust von deinem Zorn von deiner Gier von all diesen niederen Eigenschaften krishna sagt es ganz klar in der bhagavadgita freiheit von diesen niederen Eigenschaften du musst dich nicht mehr aufregen du musst dich nicht mehr ärgern du musst nicht mehr hassen du musst nichts mehr tun wodurch du leidest du bist frei von leidenschaft von hass zorn eifersucht gier es es ist ein weiter Weg bitte versteht mich nicht falsch ist nicht so wenn jetzt diese Sendung ausschaltet und alles ist perfekt ist nicht so wenn du sogar die Bhagavadgita liest einmal oder mehrfach liest und alles ist erledigt es nicht so dass du den Hare Krishna Mantra ein paar mal rezitierst und oh ich bin nun erleuchtet nein ist ein langer Weg steiniger Weg hat viele Höhen viele Tiefen aber wir merken wir machen Fortschritt in die richtige Richtung also ich gehe diesen Weg seit über 20 Jahren und ich bin definitiv nicht am Ziel definitiv nicht aber ich habe schon einige Kilometer hinter mir und ich merke es funktioniert aber ich sehe auch noch den langen Weg der vor mir liegt aber ich sehe dem mit Freude entgegen weil weil es in der Hinsicht eine tolle Reise ist deshalb probiere es mal aus aber es ist kein Wundermittel es ist nicht so dass ich hier was verkaufe ja hier lies es einmal durch und du bist frei von allen Sorgen und Problemen es hilft dir frei von Sorgen und Problemen zu werden und wie schnell es geht das liegt daran wie sehr man das versteht und anwenden kann aber es ist man geht in Problemen in die Augen schauen wir können unsere Probleme lösen wir können das meistern Neo ist ja in die Matrix reingegangen um sie zu zerstören sogar und zum Glück müssen wir das nicht du musst nicht gegen die Matrix kämpfen und da trennt sich auch die Parabel zwischen der vedischen Matrix und dieser Filmmatrix wir müssen die Maya die materielle Illusion nicht zerstören wir müssen nur uns selbst umpolen von einem egozentrischen einfach zu einem selbstlosen Wesen und das machen wir auch nicht so abstrakt oh ich bin ein selbstloses Wesen ich denke nein nicht an mich ich löse mich auf nein du wirst wer du bist im besonderen in Korrelation oder Beziehung zu Krishna zu Gott und unsere Selbstlosigkeit bekommt einen Inhalt einen Fokus und das ist Krishna und du wirst lernen es macht Freude etwas für Krishna zu tun Selbstlosigkeit bedeutet etwas für Krishna zu tun was für Krishna zu tun mehr und mehr mit Freude mit Liebe und Krishna antwortet mit all diesen wunderbaren Geschenken die wir heute besprochen haben all diese Aspekte des Aufwachens werden sich manifestieren weil Krishna antwortet weil das nennt sich Bhakti und das sagt Krishna auch in der Bhagavad Gita Ich belohne jeden in dem Maße wie er sich mir hingibt so lerne Bhakti lerne Hingabe an Krishna du wirst reich belohnt also ich erlebe das so mein Leben ist total cool und eins kann es auch werden mit Krishna wirklich individuell persönlich so nun aus dem buddhistischen hier ein schönes bild das eben genau diesen samsara darstellt und das ist ein großes bild und ich habe hier nur die eine ecke weil das ist das samsara mit all den vorgängen und hier ist einer der ist außerhalb vom samsara er ist ausgestiegen das ist was wir machen wollen wir wollen raus aus samsara samsara heißt der kreislauf von geburt und tot oder die matrix oder die maya maya ist die illusion und wir wollen raus aus dieser maya und in diesem vers hier sagt krishna in der bhagavad-gita weil du mich niemals beneidest so das der erste punkt krishna nicht beneiden ihn akzeptieren werde ich dir dieses vertrauliche wissen also dieses geheimnis sogar das vertrauliche wissen und dessen verwirklichung offenbaren also krishna gibt in der bhagavad-gita die Theorie aber auch wie du das verwirklichen kannst erfahren kannst und durch dieses verständnis wirst du von den leiden des materiellen daseins befreit werden so nun zum ende der sendung hin geht es genau um diesen punkt freiheit befreit werden frei sein von maya dieser illusion so krishna gibt uns dieses wissen darum sage ich ja das lesen ist ein punkt das das wissen aber der nächste punkt den wir brauchen ist die verwirklichung ja dass wir es verwirklichen dass wir es erleben und daran darum müssen wir uns bemühen aber so funktioniert das durch dieses spirituelle wissen was wir heute auch besprechen und dann können wir schwuppsti wuppsti raus aus der maya und dann lächeln wir hier und sagen wow ich bin raus hier ist es richtig cool und das muss nicht mal sage ich mal physisch sein oder wie soll man sagen lokal sein lokal sein ja die lokale entfernung von maya praktisch wenn wir die welt verlassen und sterben und wirklich weg sind ist eine sache natürlich das ist die ultimative befreiung aber die veden beschreiben schon einen einen befreiten zustand vor dieser endgültigen befreiung und das heißt chivan mukta chivan mukta heißt eine seele die befreit ist aber immer noch in der materie ist immer noch im körper ist so in der hinsicht befreiung ist unabhängig davon ob wir im körper oder außerhalb des körpers sind oder praktisch ob wir leben oder tot sind im konventionellen sinn gesprochen tot sind wir nie aber ihr wisst was ich meine ja wir können auch jetzt diese befreiung sozusagen erleben chivan mukta und dann haben wir diese ich nenne es Anti-Maya-Vision Anti-Maya-Vision heißt wir durchschauen die Maya wir werden von Maya nicht mehr getäuscht und das ist der Zustand den hier Neo eben erlebt wenn alles durchblickt und er wird und er versteht was dahinter steht er versteht was dahinter steht und er wird nicht mehr verwirrt und nicht mehr verführt das heißt wie ich vorher gesagt habe wir sind doch alle abhängig von Maya in der einen oder anderen Weise und manche von uns waren richtig abhängig und dann siehst du nein ich brauche das nicht mehr ich will das nicht mehr manche Menschen waren wie gesagt spielsüchtig drogensüchtig sexsüchtig beziehungssüchtig eifersüchtig zornsüchtig cholerische Anfälle und so weiter und mit dieser Sicht siehst du all das was dahinter steht du durchschaust die ganze deine eigene Psychologie letztendlich du hast verstanden warum bin ich so abhängig von den Dingen warum reagiere ich immer und ich brauche das nicht mehr und du wirst hast diese Anti-Maya-Vision du durchschaust diese Illusion und das nennt sich die göttliche Sicht hier nochmal ein sehr schönes Bild der göttlichen Sicht göttliche Sicht heißt du siehst überall Krishna und du siehst und verstehst wie er wirkt und du verstehst warum die Welt da ist warum du wirklich da bist und du handelst und sprichst und denkst in diesem Sinn das ist die wahre göttliche Sicht und das bedeutet ganz ganz simpel gesagt die Welt ist nicht dafür da um mich glücklich zu machen sondern die Welt ist dafür da um sie Krishna demjenigen dem sie gehört anzubieten die Welt ist eigentlich dafür da um sie Krishna zu geben das heißt alles was du in dieser Welt siehst möchtest du für Krishna verwenden ich könnte zum Beispiel dieses tolle kleine Studio das ich hier habe verwenden für wenn ich halt irgendwelche Interessen hätte um darüber zu sprechen und Videos darüber zu machen über irgendwelche Themen sagen wir jetzt mal Filme und ich mache Filmrezensionen und ich habe viele Abonnenten und ich bekomme Geld dafür und von dem Geld kaufe ich mir die Filme oder gehe ins Kino und handel nur für mich zum Beispiel oder ich kann das hier verwenden für Krishna ich spreche über Krishna und was ich halt jetzt mache das ist was ganz also es ist das gleiche aber mit einem anderen Inhalt und deshalb heißt es dass wir lernen unser Denken Sprechen und Handeln Krishna bewusst zu gestalten weil das sind die drei Ebenen der Aktivität du kannst du kannst denken du kannst sprechen und du kannst was tun und wenn wir lernen all diese drei Ebenen der Aktivität Krishna bewusst zu gestalten dann leben wir in dieser Welt in diesem Körper auf eine spirituelle Art und Weise wir tun praktisch genau das gleiche was alle anderen tun aber wir tun es für Krishna das heißt wir denken an Krishna wir sprechen über Krishna sprechen seinen Namen und wir handeln in einem Krishna bewussten Sinn so deshalb wir nutzen hatte ich das Slide nicht schon kommt das noch oder habe ich es übersehen aha das wollte ich eigentlich hier hier zu sagen wir nutzen die Illusion zu unserem eigenen spirituellen Sinn wir müssen die Illusion oder Maya nicht negieren bekämpfen ablehnen schlecht machen nein wir nutzen Maya oder Materie in einem höheren Sinn wodurch es sehr leicht wird spirituell zu leben wenn wir diese Möglichkeit nicht hätten dann müssten wir wie wie machst du es dann du musst dir alles negieren das ist alles Maya die Welt ist Maya mein Körper ist Maya meine Sprache ist natürlich Maya sogar mein Denken ist Maya und wenn ich irgendwas mit Maya tue dann bin ich in Illusion da hast du ein Problem weil dann kannst du ja gar nichts tun kannst du nur alles negieren und dann nichts denken und nichts tun sehr schwierig und deshalb der natürliche Pfad den auch die Bhagavad Gita erklärt ist wenn Krishna sagt tu sie einfach für mich er sagt einfach tu sie einfach für mich und dann ist es auch spirituell und dann ist es frei von Maya es gibt auch ein Beispiel im Bhagavatam in den Schriften das ist wie wenn du einen dir einen Span eingezogen hast einen Holzspan den möchtest du natürlich jetzt rausbekommen jetzt nimmst du einen anderen Holzspan und machst mit dem den Holzspan der in deinem Fingers raus oder du isst zu viele Milchprodukte und hast eine Magenverstimmung und wie wir wissen hat Joghurt und diese Mikroorganismen einen guten Effekt auf die Verdauung dann nimmst du so ein Aktimell oder sowas eine Joghurtkultur um die Magenverstimmung die von einem Milchprodukt gekommen ist zu heilen also eine Sache eine schlechte Sache wird von der gleichen Sache richtig verwandt ähm gut oder behoben gleicherweise sind wir in Materie sind in dieser Illusion sind in Maya können sie aber so verwenden damit wir sie überwinden können und das ist eben der der Punkt ja dass wir die Illusion nutzen und das ist Bhakti Yoga Bhakti Yoga bedeutet du verwendest alle Möglichkeiten die du in deinem Leben hast auch Geld zum Beispiel oder Talente oder dein Haus oder dein Beruf oder deine Fähigkeiten alles aber in einem spirituellen Sinn wie gesagt ich habe ein Studio hier ich mache diese technischen Sachen ich spreche über Krishna ähm ein anderer der kann malen anstatt Aktgemälde zu malen unter irgendeinem nackten Menschen zu malen mal der Krishna mal der mal der einen schönen Tempel mal was auch immer ja du bist vielleicht intellektuell sehr gut anstatt deinen Geister zu verwenden um ähm ähm irgendwelche äh kommunistischen äh Gedanken dir auszudenken ähm kannst du Krishna bewusst denken ja du bist vielleicht sehr reich oder hast Geld anstatt das Geld zu verwenden um was auch immer ja kannst du was spirituelles Krishna bewusstes damit tun Tempel bauen Spende geben ähm ähm dann dein Haus Krishna bewusst gestalten eine wunderschöne Krishna bewusste Bibliothek machen mit all den wunderbaren Büchern Freunde zum Essen einladen was auch immer und das ist wunderbar Krishna Bewusstsein ist so natürlich weil wir müssen nichts aufgeben in der Hinsicht wir müssen es einfach nur transformieren und da gibt es ein wunderschöner ein anschauliches Beispiel und da heißt es alle guten Dinge im Leben die wir für gut halten und die uns was bringen wie unser wirtschaftlicher Fortschritt wissenschaftlicher Fortschritt unser Geld all unsere Intelligenz alle unsere Eigenschaften all das steht für eine Null und wir im Westen sind ja eigentlich materiell ziemlich auf Zack also wer von euch schon mal in Asien war oder Afrika war sieht da läuft es nicht so gut materiell was nicht heißt dass die Leute nicht glücklich sind aber ich sage nur der Standard ist anders so hier im Westen ja wir haben eine Autobahn Null Tolle Autos Null U-Bahn Null Medizinische Versorgung Gute Null Akademien Null Orchester wie sagt man da Oper Null 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 also ihr versteht all das was wir so haben Null 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 ob du eine Null hast oder 20.000 Nullen hast ändert nichts am Wert wie wir doch alle in der Schule gelernt haben alles Null wertlos es ist wertlos warum weil es vergänglich ist und wir wissen ja dass die auch die ganzen Zivilisationen die fortgeschrittenen Zivilisationen die halten nicht ewig es gab eine Zeit da war Europa und Deutschland das war die dritte Welt das war zurückgeblieben da haben nur die Höhlenmenschen also Höhlenmenschen ja also da war der asiatische Raum der arabische Raum oder auch der Mittelmeerraum da waren die Zivilisationen da war die Hochkultur ist halt geschifftet sogar Indien war bis zum 17. Jahrhundert das reichste Land der Welt hat man wahrscheinlich noch nie gehört denkt man sich nicht Indien so arm jetzt und so weiter so viele Probleme meint man das reichste Land der Welt war bis zum 17. Jahrhundert Indien und naja hat sich dann gewandelt und jetzt sind die anderen die Reichen und die Dominanten geworden so ich meine nur das ist alles zeitweilig bringt eigentlich der Seele nichts so nun der Punkt aber nimmst du eine 1 und setzt die 1 vor diese lange Kette an Nullen dann hast du einen sehr großen Wert das bedeutet all die materiellen Vorzüge die wir haben ob individuell kollektiv gesellschaftlich zivilisatorisch gewinnen an Wert wenn wir die 1 von Krishna davor stellen soll heißen wenn du Krishna dazu nimmst plötzlich werden die Dinge bekommen Substanz bekommen Wert und wir können wirklich was damit tun was wirklich was bringt weil es wirkt dann in die ewige auf der ewigen Ebene es heißt auch spiritueller Fortschritt kann nicht verloren gehen materieller schon in einem Leben bist du reich und schlau intelligent mächtig im nächsten Leben verspielst du das und bist gar nichts mehr du bist ein Hund aber spirituelles bleibt bestehen das heißt alles was wir jetzt lernen verwirklichen wie Krishna bewusst wir werden wird nicht vergehen wird sogar im nächsten Leben weiter dann wird weitergenommen und weiterentwickelt so deshalb wir brauchen diese Entwicklung hin zum spirituellen und dafür kann das Materielle dienen wenn wir es in einem spirituellen Sinn gestalten und das wollte ich eigentlich noch zu diesem Punkt sagen nutze die Illusion praktisch nutze das Materielle im spirituellen Sinn dann wird es wertvoll und gut ok und jetzt zum Schluss ja ich habe noch drei Slides für euch und wir haben immer noch 120 Zuseher was ich richtig toll finde und auch viele magisch Bewertungen aber wer noch nicht magisch geklickt hat klickt doch mal magisch so jetzt noch eine ganz 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 simple Sache um es zu veranschaulichen also Samsara bedeutet leben sterben und geboren werden und dann lebst du wieder das ist das Samsara leben wir leben alle momentan leben wir alle wir werden alle sterben manche früher manche später wird krass wird für uns alle krass stell dir mal vor du musst sterben vielleicht sind manche von euch schon mal in einer krassen Situation gewesen manche sind vielleicht schon alt manche schon dem Tod näher als ich ich weiß natürlich nicht wie nah ich dem Tod bin aber man spürt das dass man noch ein bisschen Zeit hat naja aber wir werden auf jeden Fall dann sterben den Körper verlassen Wahnsinn also das wird die krasseste Erfahrung die wir je gemacht haben ja vorher natürlich leiden und so das gehört dazu aber dann der Moment wo du richtig gehst wo du zum Körper gehst und nicht mehr rein musst also nicht nur eine kurze außerkörperliche Erfahrung sondern tatsächlich nicht mehr zurückkommen wirst das wird krass das wird das wird toll sogar das wird richtig cool aber nur nur wenn wir bereit sind wenn wir nicht bereit sind zu sterben dann wird es schrecklich weil du willst nicht gehen du willst nicht gehen weil du willst noch deine Frau deine Kinder dein Haus dein Auto ich will nicht gehen deshalb müssen wir Loslösung lernen vor ein paar Jahren war ich noch ein Mönch ein Brahmachari Mönch und theoretisch zumindest ich denke ich habe es noch nicht verwirklicht aber zumindest theoretisch war ich damals wirklich der Meinung sterben ist kein Problem ich könnte sterben ich könnte sterben ich habe keine Anhaftung gehabt sie war noch nicht manifestiert zumindest die Anhaftung jetzt bin ich verheiterlich im Kind momentan wäre ich nicht bereit zu sterben ich glaube natürlich wenn es dann sein muss und so man könnte schon umdenken aber momentan also es müsste jetzt nicht sein klar würde ich gerade weil ich mich noch kümmern möchte um meine Frau und um mein Kind und natürlich auch sehen möchte dass er gut aufwächst und er ist schon sehr sehr wichtig in meinem Leben muss ich schon sagen also da bin ich schon sehr in der Materie noch aber ich fühle auch dass das ein Geschenk von Krishna ist das er gegeben hat damit ich mich entwickeln kann und lernen kann und letztendlich auch losgelöst sein kann also man muss bereit sein zum sterben und das wird Krishna uns auch lernen ja das wird Krishna uns auch lernen lehren aber dann stirbst du und dann wirst du wiedergeboren und die Bhagavad Gita sagt versuche das zu vermeiden indem du oder den Pfeil hätte ich ein bisschen weiter unten ansetzen müssen raus gehst aus diesem Kreislauf also nach dem Tod nicht wiedergeboren das heißt Mukti oder Moksha das bedeutet Befreiung du musst nicht geboren werden und das ist einer der Haupt wenn nicht der Hauptpunkt der Bhagavad Gita und dazu sagt Krishna in der Bhagavad Gita diejenigen die immer über mich meditieren indem sie ihren Geist fest auf mich richten befreie ich sehr schnell aus dem Ozean von Geburt und Tod die materielle Welt ist ein Ozean wo ist man hier ist wie ein Ozean und ich habe erst heute Morgen interessanterweise darüber nachgedacht wie muss es wohl sein von einem Schiff mitten im das mitten über den Ozean das über den Ozean fährt raus runter zu fallen ich habe mir das heute wirklich vorgestellt unabhängig von diesem Slide jetzt sehe ich es erst jetzt erinnere ich mich dass ich mich daran dass ich mir das heute vorgestellt habe stell dir vor du bist auf dem Boot auf so einem Kreuzfahrtschiff ja und du bist gerade mitten mitten in der Mitte zwischen Amerika und Europa also wirklich in der Mitte und du fällst da raus da fällst da runter und du erstens mal ist das Kreuzfahrtschiff ziemlich hoch aber ja okay sagen wir mal dann fällst du ins Wasser ein bisschen Wasser und das Schiff fährt weg und keiner sieht dich keiner hört vielleicht sogar in der Nacht und du siehst nur dieses riesige beleuchtete Schiff wie das immer kleiner wird und nach so einer halben Stunde oder was siehst du es nicht mehr und du bist mitten im Ozean ich denke mir wow manchen Menschen passiert das richtig krass wie fühle ich mich da was was tue ich also im ersten Moment musste ich meinen Geist sammeln denn erstens mal denkst du unter mir sind tausende Meter Wasser was sind da alles für Viecher kommt so ein Hai oder frisst der frisst ja mich jetzt wie kalt ist das Wasser überhaupt sagen wir mal wenn das Wasser eiskalt ist dann denkst du wahrscheinlich gar nicht an den Hai sondern bist einfach nur eiskalt aber sagen wir mal es ist nicht zu kalt im ersten Moment kannst du noch an andere Probleme denken dann gehen ja gerne alle möglichen Gedanken durch den Kopf dann bist du ja nicht gleich tot du kannst ja da mal ein bisschen schwimmen sagen wir mal die Wellen sind auch nicht so stark und du bist da so naja irgendwann sammelst du dich irgendwann wirst du vielleicht dann hoffentlich mit der Realität akzeptieren ja wahrscheinlich werde ich sterben also das kann ich nicht überleben wenn es ein Wunder gibt vielleicht gibt es so ein Wunder aber dass hier Krishna auf Garuda fliegend kommt und mich rauszieht aber eher unwahrscheinlich dann vielleicht kriegen die das am Schiff mit und merken das und es kommt ein Rettungsboot und du wartest aufs Rettungsboot und wartest wie lange kannst du überhaupt schwimmen denkst wie lange halte ich das überhaupt aus mich da an der Oberfläche zu halten kommt jetzt vielleicht wirklich ein riesiger Fisch und frisst mich auf tja da muss das an gewissem Punkt und dann irgendwann akzeptieren ok ich werde sterben Hare Krishna lasse ich mich runter sinken und ertrink einfach schon mal oder kämpfe ich noch oder anyway ich weiß nicht ich habe darüber irgendwie so nachgedacht wann kommt der Punkt wo man es akzeptiert und wie wird man auch sterben geht man unter weil lange kann man ja nicht schwimmen irgendwann wird man entweder untergehen erfrieren also wenn es kalt ist von einem anderen oder geht fressen werden von einem anderen Tier aber eher unwahrscheinlich ich glaube nicht dass es so wahrscheinlich ist dass dich dann Hai frisst kann sein ich glaube man würde eher ertrinken und dann geht es auch ganz schnell anyway jedenfalls hier ist tatsächlich Krishna sagt tatsächlich in der Bhagavad Gita in diesem Vers er sagt Mrityu Samsara Sagarat so nennt er das Mrityu Samsara Sagarat Samsara Geburt und Tod Mrityu also Samsara heißt eigentlich Kreislauf Mrityu vom Tod und und Sagarat ist der Ozean wir sind alle in diesem Ozean in Wahrheit sind wir alle in diesem Ozean drin wie er hier oder wie das was ich gerade beschrieben habe und du hast keine Chance Zero da raus zu kommen das ist unsere Situation aber Krishna sagt wer über mich meditiert seinen Geist fest auf mich richtet ich befreie ihn sehr schnell aus diesem Ozean so deshalb wie ich begonnen habe wie ich dieses Video begonnen habe ganz am Anfang mit dem Vers in dem Krishna sagt sehr schwer zu überwinden Duratya Duratya ja heißt schwer zu überwinden ist diese Maya Mama Maya meine Maya aber wer sich mir hingibt wer mich um Hilfe bittet dann sagt er dann wird es einfach und hier in dem Vers aus dem 12. Kapitel sagt er es auch nochmal sehr schnell sehr schnell hole ich ihn raus weil du musst wirklich bedenken wir sind schon seit unvordenklicher Zeit das heißt Anadi anfangloser Zeit in der materien Welt bedeutet wir haben wir haben schon so viele Leben gelebt und wir sind immer noch da und das würde so weitergehen und wir können und wir können tatsächlich in diesem Leben mit diesem Leben nach diesem Leben diese Mukti diese Befreiung von Krishna haben und deshalb sehr schnell auch wenn wir jetzt noch ein paar Jahre warten müssen aber letztendlich habe ich gesagt Jivan Mukta du kannst doch jetzt schon befreit sein Mukti ist jetzt schon möglich und wie ist Mukti oder Moksha möglich durch Bhakti Bhakti heißt Liebe zu Krishna und das ist so cool und so logisch wenn wir Krishna lieben wenn du Krishna liebst na klar befreit er dich er ist dein Freund ich gebe immer jetzt das Beispiel von meinem Sohn sorry dass er sich immer einschleicht jetzt in meine Vorträge aber klar er ist halt so wichtig in meinem Leben und ich sehe halt so viele Parallelen weil ich liebe meinen Sohn und ich tue alles für ihn und er kann nicht viel natürlich er kann schon einiges aber er ist ein Jahr alt er kann nicht viel aber durch mich kann er so viel er kann sich so weil wir hatten gerade einen Ausflug nach Österreich gemacht da kann er hingehen hat so viele tolle Sachen zum Essen hat so viele Spielsachen hat Spaß Mama und Papa sind da durch uns hat er alles was er braucht und weil wir ihn lieben tun wir alles für ihn Krishna liebt uns und wenn wir diese Liebe erwidern Krishna kann uns so aus der materiellen Welt rausholen und das tut er das tut er wirklich und deshalb die Bhagavad Gita ist eigentlich eine eine Liebeserklärung von Gott an die Seele ist eine Liebeserklärung von Krishna an uns an dich und mich so sehe ich das so wunderbar so ja deshalb liest Bhagavad Gita meinem Online Shop kannst du eine kaufen man kann es natürlich auch online lesen für lau wie man sagt aber wenn du ein Buch möchtest dann kann ich dir das sehr empfehlen all diese Bücher von Prabhupada sind voller spiritueller Liebe in Wirklichkeit und mit einem schönen interessanten Punkt ende ich jetzt denn es gibt neben der materiellen Maya der materiellen Illusion auch so etwas das heißt Yoga Maya und das nennt sich spirituelle Illusion und die spirituelle Illusion ist die dass wenn wir zu Krishna gehen in die spirituelle Welt wenn wir das wollen wenn wir dorthin gehen kannst du entweder zu Krishna gehen und verstehen er ist Gott der absolute allmächtige und so weiter und dementsprechend hast du eine Beziehung zu ihm ist klar oder du kannst zu Krishna gehen und gar nicht daran denken dass er Gott ist sondern du siehst ihn einfach als deinen besten Freund deinen Kumpel sogar und kannst deshalb wie diese Jungs hier mit ihm Spaß haben und spielen weil sie in einer Hinsicht nicht wissen dass er Gott ist und sie wissen nicht dass er Gott ist weil sie was anderes wissen was sogar darüber steht dass er Gott ist nämlich dass er man könnte sagen die personifizierte Liebe ist der liebste das liebste Wesen der liebste Freund ist das ist eigentlich wichtiger als Gott Gott sein ist eigentlich gar nicht so gehört gar nicht zu einer Entität um diese absolut oder was auch immer zu machen absolut zu machen diese spirituelle Liebesbeziehung die ist viel wichtiger und mächtiger das ist bei Krishna halt möglich und das heißt Yoga Maya diese Jungs sind spirituelle Seelenwesen also Satchitananda in einem spirituellen Körper und sind so sehr in ihrer Liebe zu Krishna aufgegangen die sogar die Erkenntnis seiner absoluten Göttlichkeit und so weiter weiter übertrifft und Krishna ist so cool dass er nicht sagt hey Moment mal wie gehst du mir um weil guck mal was hier auf dem Bild passiert die Jungs spielen hier Krishna einen Streich und sagen lieber Krishna weil sie essen gerade hier siehst du ja der hat so was zu essen eine Süßigkeit was Leckeres hier haben sie hier Süßigkeiten und die essen sie und sie sagen lieber Krishna wir haben tolle Süßigkeiten Augen zu Mund auf und Krishna natürlich weiß Krishna alles aber Krishna selbst begibt sich in diese Yoga Maya damit er diese Liebe erwidern kann und sagt oh wirklich meine Freunde ihr habt eine leckere Süßigkeit für mich oh super ja ja ich mach dir Augen zu und der Junge hier nimmt eine Blume und steckt sie Krishna in den Mund und als Krishna die kostet und sieht oh das schmeckt das ist auch keine Süßigkeit verzieht er das Gesicht spuckt die Blume aus und die Jungs die lachen alle so mach das jetzt mal bei dem nächsten Polizeibeamten den du triffst mach das da mal mit deinem Lehrer mit deinem Vorgesetzten mach das mal mit dem Präsidenten mach das mal mit Gott der mächtigsten Person solch ein respektloses Verhalten wird nicht geduldet ist schrecklich ist eine Sünde sogar aber weil Krishna mehr als Gott ist und weil das rein aus Liebe passiert letztendlich sogar um Krishna zu erfreuen akzeptiert Krishna das liebt Krishna das und reagiert dementsprechend so wie er eben in der Bhagavad Gita sagt so wie du dich mir hingibst wenn es mit Liebe passiert kein Problem ich erwidere diese Beziehung du kannst mich so haben wie du mich möchtest und das nennt sich Yoga Maya das heißt sie sie dürfen ihre Liebesbeziehung zu Krishna ausleben und in dieser spirituellen Illusion sein könnte man sagen wodurch die Göttlichkeit von Krishna in den Hintergrund rückt und so können sie seine liebevollen Freunde sein Hare Krishna so das war der wunderschöne Endpunkt meiner Präsentation der herrliche außergewöhnliche Punkt weil Krishna Bewusstsein ist krass muss man schon sagen also ich finde das immer wieder erstaunlich was wir da als lernen dürfen und leben dürfen und was hier als Wahrheit und Realität präsentiert wird finde ich einfach nur super und freue mich dass ich das mit euch heute teilen durfte Hare Krishna Srila Braupad Ki Chai Nitai Gora Premanande wie wir aus Freude heraus sagen und nun Werbung habe ich ja schon gemacht aber ich sage es nochmal in der Videobeschreibung alle Links zu Unterstützungsmöglichkeiten wenn ihr mich unterstützen möchtet und so weiter und nun kommen wir zum Fragenteil was ja auch immer dazu gehört das heißt wenn ihr eine Frage habt dann am besten jetzt ich gucke nochmal ein bisschen rauf und dann lese ich das aber dafür mache ich mir dieses Fenster weil ihr seht das nicht ich habe hier zwei Bildschirme und der eine ist klein und der andere ist groß und den kleinen ziehe ich jetzt drauf und dann sehe ich das alles besser genau und jetzt freue ich mich auf eure Fragen und falls du noch nicht mag ich geklickt hast klick mag ich und falls du noch nicht abonniert hast abonniere und so weiter ähm ich gehe nur ein Stück rauf weil da war auch ähm ein Glückwunsch denn von Pantheismus TV der Torge wünscht uns alles Gute ja 10.000 Abonnenten ähm das kann ich am Anfang habe ich es erwähnt ich erwähne es nochmal ja wir haben tatsächlich 10.000 Abonnenten es ist ähm wunderbar ähm warum weil ich sehe dass das was wir hier machen ankommt dass euch das gefällt und dass das einer immer größer werdenden Anzahl von Menschen gefällt und das ist schon super oder das ist doch toll weil wir wollen doch mithelfen bei dem Wandel der Welt beim Wandel der Zeit und ich konzentriere mich da auf das auf den deutschsprachigen Raum ähm und hoffe dass wir da durch diese Worte und wenn wir das anwenden und so weiter unser Bewusstsein wandeln und das wirkt dann in das Kollektivbewusstsein und so können wir einfach was ändern ja es liegt dann an jedem von uns so dann äh Tillmann da fange ich jetzt an hat Krishna auf diesem Bild einen Bauchnabel ja Krishna hat interessanterweise Vishnu auf dem Bild vor einem Bauchnabel deshalb heißt er auch Padmanaba der einen Lotusnabel hat man mag fragen warum er einen Bauchnabel er ist ja nicht geboren wie ein Mensch der hat ja keine braucht ja keine Nabelschnur also zumindest hat er wächst heißt es ja aus Vishnus Nabel eine Lotusblume auf der er dann Brahma erscheint so ist es natürlich nicht wie bei uns und warum Krishna einen Nabelschnabel hat müsste man dann auch fragen ja weil er der ursprüngliche Vishnu ist aber diese Dinge haben nicht den Nutten den Zweck wie bei uns zum Beispiel Krishna hat auch Augen aber Krishna braucht keine Augen zum Gucken Krishna kann auch mit der Hand gucken Krishna kann mit seinem Bewusstsein gucken Krishna heißt es jeder seiner Sinne erfüllt den Zweck der anderen Sinne und er kann mit seinen Augen kreieren schöpfen sogar er kann mit seiner Nase Dinge bewegen er kann was auch immer er kann mit dem mit seinem Tastzinn schmecken ja er ist absolut er hat jegliche Kräfte so ok fangen wir hier an Chris was ist mit dem Kalki Avatar ist er schon auf der Erde inkarniert nein Kalki ist soweit ich weiß noch nicht inkarniert der kommt erst am Ende des Kali Yugas in 427.000 Jahren und wenn du mehr wissen möchtest es gibt ein ganzes Buch das heißt Kalki Purana ein Purana über den Kalki Avatar und ich habe auf meinem Bhakti Club einen ganzen Kurs über das Kali Yuga gemacht den Kali Yuga Videokurs im Bhakti Club kannst du den machen und da spreche ich auch recht ausführlich über Kalki Kalki Avatar über Kali die Person Kali den Kampf zwischen Kalki und Kali da kannst du einiges lernen also deshalb alle meine Kurse wie gesagt gibt es alle im Bhakti Club und Bhakti Club kostet nur 18 Euro im Monat also für 18 Euro kannst du alle Kurse machen so dann haben wir noch Fragen jetzt gehe ich mal hier runter runter so wo sind die Fragen warte mal jetzt bin ich ein bisschen zu schnell runter gehüpft hier die Frage von Pantheismus TV kommt ein Pantheist auch zu Krishna durch Brahman also das Brahman das unpersönliche Brahman ist in sich selbst ein ja ob es ein ewiger Aufenthaltsort ist da scheiden sich die Geister aber durch das Brahman oder durch die spirituelle Lebensweise durch die man zum Brahman kommt kommt man nicht zu Krishna du kommst ja nicht mit einem Ticket nach München nach Berlin so die die Lebensweise bringt dich zu einem Ziel man sagt eben Sadhana führt zu einem Sadhya also eine entsprechende spirituelle Praxis führt zu einem Ziel wenn die die ganze Zeit über Brahman oder was unpersönliches oder ich weiß nicht was du jetzt unter Brahman verstehst aber über das meditierst und das anstrebst dann gehst du natürlich dorthin ob diese Aufenthaltsorte abgesehen von Krishna ewig sind darüber kann man diskutieren Brahman ist so ein Streitthema aber die weltlichen Aufenthaltsorte da kommst du dann wieder zurück wenn du jetzt sagst ich will zu den himmlischen Welten dann bist du eine Zeit lang kommst du aber wieder auf die Erde so wer zu Krishna möchte der kultiviert schon jetzt das entsprechende Bewusstsein es geht darum welches Bewusstsein du kultivierst und wenn du ein unpersönliches Bewusstsein kultivierst dann gehst du ja nicht zu einer persönlichen Realität so das ist eine Technik und wenn du Pantheist bist oder meinst alles ist in einer Hinsicht eins und so weiter und du willst in dieses Eins Seine dahinter eingehen dann gehst du ja nicht zu Krishna das sind zwei verschiedene Realitätsebenen Krishna hat einen persönlichen Aspekt eine persönliche Welt und eine unpersönliche Welt und wir streben die persönliche an weil da wird gesagt die ist einfach viel cooler weil was machst du in der unpersönlichen Welt da gehst du halt ein in so ein Licht und du bist ein Licht du hast deine Persönlichkeit auch nicht entwickelt die ist nicht manifest und du bist ist natürlich cool im Vergleich zur materiellen Welt weil das ist alles bist in dem ewigen Licht für ewige Zeiten und dort gibt es keine Probleme da gibt es kein Karma da gibt es kein Leid da bist cool klar aber die Weischen aber sagen im Vergleich zu der spirituellen Welt von Krishna wo es auch keine Probleme gibt auch kein Leid gibt auch keine Reinkarnation gibt und so weiter aber dort gibt es spirituelle Vielfalt spirituelle Abwechslung und alles eigentlich in spiritueller Substanz deshalb und es ist Krishna Krishna ist dort so das wie es vorzuziehen und deshalb empfehlen wir das ganz stark und wir haben auch eine ganz konkrete spirituelle Technik wie man dort hinkommt also es ist alles sehr praktikabel in der Hinsicht anwendbar jeder kommt letztendlich zu Krishna letztendlich ja wenn man will also jeder wird irgendwann wieder zu Krishna wollen ja wenn wir alle Erfahrungen gemacht haben aber das mag bei manchen noch lange dauern kommt drauf an wann man will wo man hin will ok haben wir noch eine Frage so jetzt hier aber wo befindet man sich die materielle Welt in ein Hologramm ich verstehe die Frage nicht ganz ja ich habe nur gemeint die materielle Welt ist halt wie eine virtual reality virtuelle Realität weil es eine Welt dahinter gibt von der diese hier kommt es heißt ja auch die materielle Welt ist eine verzerrte Spiegelung der spirituellen Welt die materielle Welt ist eine verzerrte Spiegelung der materiellen Welt ist wie eine Projektion und alles was wir hier sehen das gibt es in Wirklichkeit auch könnte man sagen jetzt ist es aus Materie gebaut aber in der Wirklichkeit ist es aus einer ewigen Substanz gebaut Chintamani heißt das und der Unterschied ist dass dort die Welt eben ewig ist und die ist immer vergänglich da ändert sich immer alles aber es gibt eine ewige Welt Also ich muss schon sagen dass ich mich zu Krishna sehr hingezogen fühle weil Krishna Krishna ist was bedeutet allanziehend je mehr man sich mit Krishna beschäftigt desto mehr fühlt man der ist einfach cool der ist einfach nice es gibt keinen der so lieb und cool und schön ist wie Krishna ja und warum nicht einfach sagen ja er ist die absolute Person er selbst sagt das in der Bhagavad Gita es gibt keine Wahrheit es gibt nichts über mir alles ruht auf mir wie Perlen auf einer Schnur und Krishna sagt es gibt nichts von mir ich komme von nirgends ich bin ewig ich bin der Ursprung und gleichzeitig sagt er alles kommt von mir sagt er auch in der Bhagavad Gita so warum ihn nicht einfach akzeptieren und einfach zu Krishna gehen ja über den Oppenheimer will ich eh noch ein Video machen weil das gerade so aktuell ist dann hier ist eine Frage Jennifer hat man ein Verdauungssystem in der spirituellen Welt wenn man dort auch ist wie ist das mit Sexualität in der spirituellen Welt in der spirituellen Welt gibt es keinen materiellen Körper und sogar wenn du etwas isst gibt es da kein Verdauungssystem weil da muss nichts verdaut werden du isst nicht aus Notwendigkeit wenn isst man dort aus spiritueller Freude und spirituelle Sexualität oder Sexualität in der spirituellen Welt das ist so ein Thema für sich also manche sagen es gibt sowas aber das ist ganz anders wie bei uns also bei uns ist es ja wirklich sinnlich auch egoistisch körperlich physisch aber dort wäre das die Reinform die Urform die rein auf spiritueller Liebe basiert und nichts mit unserer Sexualität zu tun hätte und der Vergleich wird dann gegeben zwischen Eisen und Gold beides schwer beides hart aber ganz was anderes so wer noch nicht versteht was denn die spirituelle Sexualität wäre verwechselt sie mit Materieller und deshalb sollte man sich noch nicht damit beschäftigen wenn man sie noch nicht verstehen kann weil man verwirrt wird weil tatsächlich ist es so wenn du spirituell lebst brauchst du keine also wenn du sehr spirituell fortgeschritten bist brauchst du keine Sexualität mehr du brauchst keine Sexualität mehr das Bedürfnis ist nicht mehr da du bist auf einem höheren Bewusstsein das heißt es gibt keine spirituelle Sexualität in der Materie manchmal wird gesagt Tantra und so weiter das ist spirituelle Sexualität nee das mag mystisch sein das mag da ein bisschen was bringen was auch immer aber das bringt nichts in Bezug zu Bhakti zur Entwicklung von Liebe zu Krishna ja du kannst nicht Sex haben aus Liebe zu Krishna außer wenn du ein Kind zeugst das ist was anderes wenn du sagst ich mache ein Kind für Krishna ich möchte ein Krishna bewusstes Kind und so weiter aber einfach nur Sex um des Sexwillens kann man nicht für Krishna machen so deshalb ist die Sex in der spirituellen Welt wäre was ganz was anderes und aus unserer Tradition würde das auch nur Krishna und Radharani betreffen das heißt ja aber das ist ein anderes längeres Thema also das würde uns in der Hinsicht auch gar nicht betreffen das ist dort auch keine Notwendigkeit es ist auch nichts was man dort vermissen würde oder was man unbedingt machen muss ja hier Bea würdest du mir den Juggernaut Beatback Fire schicken ähm hab ich nicht mehr kann dir das Geld im Voraus überweisen geht nicht anders als hab ich nicht mehr Beatback ähm die sind ausverkauft okay hier Heiko ist eine Liebe von Mensch wie du zu deinem Sohn transzentral oder materiell ne das ist materiell da bin ich nicht in Illusion das ist klar ähm je mehr ich natürlich meinen Sohn als Seele verstehe als Diener von Krishna da mischt sich natürlich was Spirituelles rein und da müsste ich analysieren wie sehr ich ihn schon so sehe aber momentan sehe ich ihn ganz ganz stark als meinen Sohn und äh das ist natürlich weltliche Liebe aber es gibt auch unterschiedliche Arten der weltlichen Liebe und es gibt auch eine die ähm Braupat selbst sagt die Liebe von einer Mutter zum Kind ist der Liebe kommt der spirituellen Liebe am nächsten ne das heißt es gibt auch andere Arten von Liebe die weiter weg sind von der wahren Liebe so diese elterliche Liebe die ist natürlich schon reiner aber auch noch nicht ganz rein also die ist mehr ein Tugend ne wohingegen zum Beispiel eine sehr lustvolle egoistische Liebe in so einer komischen Beziehung in der man eine Person unbedingt braucht und ähm ähm über ihre Bedürfnisse hinweg blickt um sie einfach zu verwenden für sich ja für seinen eigenen Nutzen ist auch eine Art Liebe aber ist sehr verzerrt ne so es gibt auch unterschiedliche Arten von materieller Liebe und ähm wenn man aber sag ich mal so eine tugendhafte Liebe hat und dann mehr und mehr Krishna reinbekommt dann kann man da auch Krishna Bewusstsein gut dafür nutzen ja was ist mit Jesus welche Beziehung hat er zu Krishna also ich mag es gar nicht so gerne diese ich mag den synkretistischen Ansatz nicht gerne bedeutet alle Religionen zu vereinen aber weil ich meine jede Religion hat ihre eigene Geschichte und Philosophie und die lasse ich wie sie sind und habe Respekt für alle jeder soll halt das machen was er gut findet aber natürlich kann man aus Krishna bewusster Sicht manches beurteilen das heißt ich sehe schon in verschiedenen Religionen was aus meiner Sicht richtig oder falsch wäre in Bezug zu Jesus würden wir sagen er ist ein reiner oder ein Divoti ein Gesandter Gottes vielleicht sogar jemand der im Auftrag von Krishna gehandelt hat und zu seiner Zeit die Botschaft der Liebe zu Gott zu den Juden eigentlich gepredigt hat soweit ich verstehe hat er ja primär zu Juden gepredigt in der jüdischen Gesellschaft könnte fast sagen er wollte eigentlich das Judentum das diese Essenz der Religion Liebe zu Gott vergessen hat er wollte das eben reformieren und in dem Sinn hat er auf jeden Fall für das Richtige gehandelt ja und ich meine die Bibel hat sehr inspirierende Stellen oder Aussagen von ihm und ich kann schon verstehen dass Menschen gerne Jesus folgen oder sich als Christen bezeichnen noch dazu kommt dass wenn man zu Gott betet oder zu Krishna betet dass er antwortet und er ist nicht konfessionell das heißt wenn ein Christ zu ihm betet oder ein Moslem zu ihm betet hört er genauso drauf und hilft der Person und er ist nicht konfessionell und er sagt oh du hast die falsche Religion dann höre ich nicht drauf Krishna ist ja auch barmherzig wie man sagt so wie gesagt ich nehme nur die Kommentare jetzt wo Fragen sind weil es sind immer viele und ich will ja Fragen beantworten wenn man chantet macht man es mit laut oder im Geist oder ist das egal vielen Dank man kann beides machen aber was ich empfehle ist laut beziehungsweise für sich selbst hörbar das heißt Chapa Hare Krishna Hare Krishna Das ist meine Empfehlung aber im Geist zu chanten ist auch sehr gut und auch mächtig aber ich denke schwieriger ich mache beides aber ich denke es ist schwieriger wenn man Chapa das Aufsagen lernt wird man merken oh das fällt leichter und da ist eine gewisse Macht drinnen deshalb empfehle ich das hier noch eine Frage werden Halbgötter durch den Zyklenwechsel der Sonne was uns alle Klimawandel verkauft wird ebenfalls beeinflusst und machen deshalb mehr Sturmregen und so weiter und überschreiten sie ihre Befugnis nein die Halbgötter überschreiten niemals ihre Befugnis eigentlich ja soweit ich verstehe handeln sie immer im Auftrag von Krishna als seine Agenten Ausführenden und in der Hinsicht was passiert das muss so sein da kann man nicht einer Naturkatastrophe oder ein Devas für eine Naturkatastrophe die Schuld geben das ist alles in der Hinsicht karmisch kollektiv karmisch auch wenn es manchmal schrecklich ist so wo sind noch Fragen ist das eine Frage wenn ein Mensch durch das Karma eines anderen verletzt wird und negativ beeinflusst wird hilft Krishna diesem Menschen besonders im nächsten Leben also wenn er sein Handeln nicht von sich ausgewählt hat also wenn ein Mensch durch das Karma von einem anderen verletzt wird dann war es auch das Karma also verletzt zu werden also es gibt schon manchmal Karma das für zweibestimmtes oder die sind da irgendwie verstrickt die gehören da zusammen in der Hinsicht ist das gerecht und Krishna hilft einem Menschen wenn man seine Hilfe will Krishna mischt sich nicht ein in unseren freien Willen und wenn du nicht Krishna nicht bittest hilft er nicht weil du es ja nicht willst unser Wille ist sehr mächtig und wird respektiert von allen dann haben wir es ist wieder nach unten gehüpft wo haben wir noch eine Frage aber wo befindet man sich die materielle Welt ist das haben wir vorher schon gehabt aber ich kann von Brahman aus überall hin das ist auch die Frage kommt auch öfter ob man von Brahman dann überall hin kann und ich theoretisch müsste ich sagen nein weil im Brahman kannst du keine Bhakti entwickeln und Bhakti brauchst du um zu Krishna zu kommen vielleicht kannst du ein special deal mit Krishna ausmachen das gibt es schon das gibt es schon da brauchst du aber Bhakti dafür dass du sagst Krishna ich will bevor ich zu dir komme das Brahman erleben ist halt leider so ist jetzt nicht gerade konventionell ist nicht gerade was ich jetzt empfehle oder wo ich eine Technik kenne na klar du müsstest auf jeden Fall Hare Krishna chant du müsstest auf jeden Fall eine Beziehung mit Krishna haben und das nennt sich eigentlich das nennt sich Gjana Mishra Bhakti Gjana Mishra Bhakti das heißt eigentlich ist das eine Art von Bhakti hingebungsvoller Dienst die vermischt ist mit Gyan und Gyan bezieht sich auf Wissen des Unpersönlichen aber das ist keine reine Bhakti also ich empfehle immer reine Bhakti und die ist frei von Karma von Gjana von allen also das heißt reine Bhakti heißt du machst nichts spirituelles für Krishna weil du was dafür möchtest ist nicht leicht aber das ist reine Bhakti und das ist wie es in der spirituellen Welt funktioniert Krishna macht in der spirituellen Welt nichts weil er was von den anderen will das heißt reine Liebe selbstlose Liebe und es gibt die Leute die Votis die chanten Hare Krishna die Verehrenden die 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 rezitieren Kapitel der Bhagavad Gita die wollen was für sich gute Noten Geld Ehepartner Gesundheit himmlische Genüsse oder auch ins Brahman gehen manche verehren Krishna um ins Brahman zu gehen wenn du das machst und verstehst dass Krishna die Quelle des Brahmans ist dann könnte das möglich sein weil du in der Hinsicht kein Vergehen gegen Krishna machst wenn du das machst aber du denkst Krishna kommt aus dem Brahman oder Krishna existiert gar nicht in der spirituellen Welt weil manche sagen das so das Brahman ist diese unpersönliche Energie und aus dem kommt alles da kommen wir raus die materielle Welt aber auch Krishna und Krishna gibt es nur wenn das Brahman in die materielle Welt kommt das Brahman dieses Unpersönliche kommt in die materielle Welt und dann ist es Krishna weil es muss sich ja dann hier in dieser Welt verständlich machen es kann ja nicht einfach nur so als Wolke da rumschwirren oder als Blob oder ich weiß nicht was sondern wird es Krishna oder Vishnu oder jeglicher Avatar in der Hinsicht wenn aber dieser Avatar die Grenze zwischen materieller und antimaterieller Welt überschreitet geht er wieder in dieses Unpersönliche ein und da gibt es ja nichts als das Unpersönliche da gibt es keine Personen keine Formen wenn du das denkst hast du laut vedischer Sicht und weischen auf Sicht ein Problem weil du dadurch ein Vergehen gegen Krishna machst weil du praktisch mehr oder weniger sagst Krishna ist ein materielles Wesen weil er ja nur in der materiellen Welt so funktioniert oder existiert wohingegen die Veden immer sagen Satchit Ananda er ist auch ewig er ist anfanglos Anadhyadhyargovinda er ist der anfanglose Anfang und so weiter aber wenn du sagst nee Krishna ist der anfanglose Anfang das Brahman heißt es das Brahman geht von Krishna aus das Brahman ist die Energie von Krishna es ist wie eine Aura das Licht das von Gott ausgeht von Krishna ausgeht das ist das Brahman wenn du das denkst und dementsprechend praktizierst und sagst Krishna irgendwie will ich das mal erleben dann kann es sein dass Krishna sagt klar zeige ich dir und dann kannst immer noch zu mir kommen so ähnlich wie Makandea der wollte ja auch das unpersönliche oder die Maya die Illusion sehen steht im Bhagavatam und der wird gepriesen als großer Vaishnava großer Yogi weil er verstanden hat das ist Krishnas Maya Krishnas Energie die will ich mal erleben so könnte es klappen aber ist nicht was ich empfehle ich empfehle Pfeife aufs Brahman warum gleich zu Krishna reine Bhakti das ist was ich empfehle alles andere bedeutet das sind noch egoistische Wünsche ich will was für mich haben auch wenn es das Brahman ist ich will das erleben und das ist am Anfang normal eigentlich weil wir alle beginnen am Anfang mit materiellen Wünschen ich will was für mich und Krishna sagt das selbst in der Bhagavad Gita am Anfang hat jeder irgendeinen Wunsch aber wenn man dann beginnt Krishna kennenzulernen Hare Krishna zu chanten und so weiter dann wird man was besseres bekommen und sagen hey das will ich doch nicht mehr wie ich am Anfang gesagt habe ich wollte fliegen wo ich jetzt denke das ist total unnötig ich will zu Krishna das ist viel besser ich könnte jetzt eine Geschichte erzählen über einen Devoti aber die ist so lang ich müsste die ganz ganz kurz machen da im Bhagavatam wird auch im Shreem Bhagavatam wird die Geschichte erzählt da war ein Junge der wollte ein riesen Königreich haben er hat deshalb Krishna verehrt Krishna ist dann gekommen erschienen stand vor ihm ok du kriegst was du willst der Junge war begeistert weil er Krishna direkt sieht Vishnu eigentlich gesehen hat und wollte das Königreich nicht mehr weil er sagt ich hab dich jetzt aber Vishnu hat gesagt nee du hast mich nicht mich verehrt sondern du wolltest was von mir ok das halten wir ein ich geb dir was du willst und später kannst du zu mir kommen aber jetzt muss ich deinen Wunsch erfüllen und der Junge hat auch ganz schön gesagt ich habe mir Glasscherben gewünscht und habe Juwelen bekommen aber das hat er erst erlebt wo Krishna da war aber so ähnlich ist das schon im positiven Sinn für uns wir mögen unsere Wünsche haben unsere Spekulation aber je mehr wir uns mit Krishna beschäftigen desto mehr wird diese Erfahrung von Krishna alles andere irrelevant machen so das gerade das Brahman und für solche Praktizierenden die Krishna und die Liebe von Krishna mehr erleben die sagen sogar Brahman Narakayate das unpersönliche Brahman ist wie die Hölle Naraka ist die Hölle warum nicht weil es dort schlimm ist das ist schon ok aber weil Krishna nicht dort ist weil diese Devotees lieben Krishna so sehr und wollen mit Krishna zusammen sein kann man die Anzahl der Buchstaben erhöhen damit man die Frage auch komplett stellen kann keine Ahnung weiß ich nicht tippt halt nicht so lange Fragen aber du kannst dir über zwei Passagen zwei Chats auch schreiben dann dann wo sind noch Fragen oh wir sind noch schon lange dabei ich weiß nicht ob ich noch alles fertig machen kann wir haben fast schon drei Stunden das ist schon so ein bisschen die Grenze ich habe auch schon mal glaube ich fast vier Stunden dreieinhalb und so gemacht aber ich glaube nicht dass ich heute so lange machen möchte ich spüre schon so ein bisschen Hunger und wie lange geht es noch runter ich mache jetzt von unten nach oben ab jetzt von unten Alibaba gibt es auch Universitäten die Krishna bewusst geführt werden es gibt so ein Institut in Indien zwei zumindest es gibt auch was in Radesch das ist in Belgien aber ich weiß nicht wie aktiv die noch sind aber da kann man so richtig offiziell seinen Master machen Bachelor zumindest vielleicht sogar Master in Vaischnava Studies in Oxford gibt es auch sowas Vaischnava Studies was bedeutet eigentlich ins Brahman eingehen das bedeutet dass man verschmilzt mit dieser unpersönlichen spirituellen Energie in der alles homogen eins ist das ist einfach so ein mächtiges Licht und die Seele verschmilzt praktisch geht ein darin und verliert da ihre Individualität ja also da ist man eins mit dieser Energie und das ist eine Möglichkeit von Befreiung oder Mukti aber es gibt eben auch noch eine persönliche Art von Befreiung in der wo man bei Krishna eben sein kann ja so manche mögen dieses manche mögen jenes aber ich wie gesagt ich bin ein starker Advokat der persönlichen Befreiung und empfehle nicht die unpersönliche und manche sagen sogar weil die unpersönliche Befreiung nicht der Natur der Seele entspricht weil die Seele eigentlich im tiefsten Innern könnte man sagen Krishna lieben möchte deshalb kann sie nicht ewiglich in diesem unpersönlichen bleiben und fällt das sozusagen auch wieder mal raus um wieder aktiv zu sein und letztendlich um Liebe zu Krishna zu entwickeln Bezug zum Kind schlechtes Karma Eltern gewalttätig ja es ist diese Fragen diese Themen gerade was dieses Leid angeht diese scheinbare Ungerechtigkeit führt ist ein starkes Argument sogar für die Atheisten die meinen das kann doch nicht sein wie kann Gott sowas Grausames zulassen und ich verstehe es ist einfach fürchterlich und es ist auch schwer zu rationalisieren aber welche Optionen bleiben artistische Option es gibt sowieso keinen Gott es gibt nichts es ist blanker Zufall dieses Kind ist entstanden durch Geburt da geboren und das ist halt einfach so ein Gott kann das nicht wollen deshalb kann es nicht sein aber das würde ganz schön viel aus andere Gegenargumente bringen also abgesehen davon was ist überhaupt mit ganzen Schöpfungen und teleologisches Argument und Sinn des Lebens und so weiter so ohne Gott argumentieren auch in der Hinsicht ist meiner Ansicht nach schwierig christliche Ansichten oder lineare Ansichten theologische lineare Ansichten es gibt kein Vorleben eine Seele wird praktisch ein Mensch wird in einer Situation geboren ohne etwas dafür dafür zu können weil es gibt kein Vorleben das das bedingt oder hervorgebracht hat Zufall oder Gottes Wille was bleibt da als Antwort entweder Gottes Wille weil Gott macht ja jeden in irgendein Leben rein und sieht er wird dann leiden und er wird nicht leiden oder er denkt sich gar nichts und macht ein Zufallsprinzip schmeißt die alle rein aber es war dann irgendwie Gott bei der atheistischen Version da war es niemand weil es niemanden gibt und weil letztendlich auch dieses Lebewesen das da geboren wird die Seele gibt es ja auch nicht deshalb ist es auch egal weil er wird eh bald tot sein und dann ist es ihm egal ob er gelitten hat letztendlich ist eigentlich im Atheismus alles egal weil dieses kurze Aufleuchten von Existenz ist so irrelevant im Vergleich zur fast ja ewigen Nicht-Existenz dass es ihr egal ist und dann halt Ansichten die eine eine eigene ähm eigene Eigenschuld involvieren Leben davor Reinkarnation das hat halt was getan warum dass er halt in so eine schreckliche Situation kommt Karma Gesetz und trifft halt auch Kinder also man muss dann halt die längere Geschichte sehen das war halt jemand der hat irgendwas Schlimmes gemacht dass er das jetzt verdient was nicht bedeutet dass man sagt nö passt dann hauen wir halt drauf aufs Kind passt schon ne also schlechtes Karma rechtfertigt nicht eine negative Reaktion oder Verdammung ganz im Gegenteil gerade ein spiritueller Mensch hat Mitgefühl und betet für diese Seele ja aber versteht auch dass es nicht Gottes Schuld ist und dass es auch nicht niemandes Schuld ist sondern dass es eigene Schuld ist auch wenn es manchmal hart zu verstehen ist aber das ist ja auch mal so ein Punkt der bei dieser Narada Muni Geschichte rauskommt Leiden selbst ist Illusion wir sind in einem Traum das ist eine Traumwelt und wenn du aufwachst siehst du oh ich habe gar nicht gelitten so aber das ist halt die Illusion dass wir denken dieses Leid ist echt und das Leid des Kindes ist echt und das Kind glaubt das Leid ist echt weil wir halt nicht die spirituelle Sicht haben es ist krass aber ist halt so aber wie gesagt das soll uns nicht teilnahmslos machen sondern wir sollen immer Liebe und Barmherzigkeit empfinden für alle und verstehen auch wenn es eine Illusion ist jetzt fühlen wir es als Realität und deshalb mit Gefühl und Liebe okidoku ok ok was haben wir noch für eine Frage christian ich will wissen ob das beschrieben überhaupt so stattfindet und falls ja wie kann ich mir diese Art von Energiefluss vorstellen und ernähren sich sämtliche dämonische Wesen von der Energie geht es irgendwo weiter ja manchmal können wir nicht so viel schreiben geht nicht weiter also woher wissen wir überhaupt irgendetwas sag ich nochmal kurz woher wissen wir überhaupt irgendetwas auch in Bezug zu dem was ich heute alles erzählt habe woher wissen wir dass das stimmt wissen ist auf unserer Ebene sowieso schwierig in Wahrheit glauben wir es alles nur aber alle Menschen glauben alles nur das meiste was irgendein Mensch weiß glaubte wissen tun wir eigentlich alle reichlich wenig sogar die Wissenschaftler wissen reichlich wenig und deshalb wie kommen wir zu wissen wissen bedeutet für mich Erfahrung das heißt ich glaube das ich praktiziere das und dann erlebe ich das und dann weiß ich das heißt wenn ich sage kann ich kann ich sagen ich weiß dass Krishna existiert zum Teil ja also ich merke dass seitdem ich das hier mache dass mein Leben dass ich das empfinde ja ich merke wie und ich interpretiere den positiven Wandel in meinem Leben als Krishnas Wirken weiß ich dass Krishna auf der Flöte spielt ohne Pfarrenfeder trägt und so freundlich ist nein weil ich das nicht erlebt erfahren habe glaube ich es ja bin ich überzeugt ja möchte ich überzeugt sein ja das ist eine wunderschöne Vision und wie gesagt also dieser Glaube und dieses Vertrauen wirkt ja auch jetzt schon total transformierend und positiv und ich erlebe schon super krasse Sachen wo ich einfach nur sagen kann klar ich nehme mal an dass die anderen Informationen dann auch noch sich auch noch bewahrheiten werden aber bis jetzt habe ich nichts warum ich es nicht akzeptieren könnte warum auch nicht das war nach oben hin glaube ich alle Fragen hier noch hatte gelesen dass es zehn Vergehen beim Chanten gibt welche sind das es sind zehn das sind viele ich kann jetzt soll ich alle aufzählen erstes Vergehen Gott geweihte zu schmähen die ihr Leben der Verbreitung der heiligen Namen des Herrn gewidmet habt zweites Vergehen zu glauben die Namen der Halbgötter wie Brahma und Shiva sind den Namen von Krishna ebenbürtig oder von ihm unabhängig drittes Vergehen die Anordnungen des spiritualen Meisters zu missachten viertes Vergehen den heiligen Namen für Einbildung oder Übertreibung zu halten fünftes Vergehen die fünftes Vergehen den heiligen Namen des Herrn auszulegen eine eigene Interpretation zu geben zu spekulieren sechstes Vergehen irgendwas habe ich vergessen glaube ich weil das siebte Vergehen ist dann im Vertrauen auf die reinigende Kraft der heiligen Namen des Herrn sündhaft zu handeln also du machst dir sowas wie Beichten ich mache jetzt was ich will und dann chante ich Hare Krishna ist wie Beichten und ist alles gut achtes Vergehen zu glauben die rituellen Anweisungen der vedischen Schriften sind so wie der heilige Name also ich chante Hare Krishna und dann kriege ich gutes Karma neuntes Vergehen die vertraulichen Informationen die Geheimnisse des heiligen Namens jemandem zu sagen der ungläubig ist der es nicht wissen will der dagegen ist also dem fanatisch das reinzudrücken zehntes Vergehen eins habe ich vergessen kann man mich daran erinnern zehntes Vergehen ist es im Vertrauen in materielle Anhaftungen zu bewahren obwohl man es schon so viele Unterweisungen in diesem Zusammenhang erhalten und verstanden hat und das elftige Vergehen das angehangen wird ist unaufmerksam zu chanten und diese Vergehen sind nicht Sünden wodurch man in die Hölle geht oder so sondern das sind Vergehen das bedeutet Fehler wodurch die Kraft des heiligen Namens des Mantras des Hare Krishna Mantras nicht richtig wirken kann und man dadurch nicht wirklich dieses Krishna Bewusstsein entwickeln kann deshalb vermeidet man das welches habe ich ihn vergessen das vierte das war was anderes weil fünf und sechs waren das vier egal aber du kriegst du verstehst ungefähr wenn Gedanken Wünsche an Krishna sind zum Beispiel den Arm bewegen und in den Schriften heißt es dass die Seele unbeweglich und unverrückbar ist sitzt die Seele im Herzen und der Film läuft ab aber wo befindet man sich die Materielle Welt ist ein Hologram ach so das hat hier zusammengehört nee tatsächlich die Seele sitzt in der Region des Herzens und in einer Hinsicht beobachtet sie das alles also wir wir projizieren uns hinein in die Aktivität aber eigentlich handelt ja nur die Materielle Energie und wenn es heißt die Seele ist unbeweglich dann auch eben in diesem Materiellen Sinn also wir sind nicht der Körper der Körper bewegt sich und die Seele ist in der Hinsicht unbeweglich ah ok so jetzt gehe ich nicht mal weiter runter jetzt gehe ich wieder runter aber ich glaube es war da noch was aha ein Dankeschön von Andreas Will freut mich ok letzte Frage warum ich kein Christ bin also ich finde halt in den Veden viel oder im Krishna Bewusstsein eigentlich viel überzeugendere Argumente die Lebensweise ist total zufriedenstellend es funktioniert für mich ich finde Krishna super ich finde das Chantan das Hare Krishna Mantras toll in der Hinsicht ist alles gefällt mir das halt besser wirkt für mich besser ich denke Vegetarismus gehört vollkommen dazu also sind schon ein paar praktische Dinge auch dabei aber ich habe Wertschätzung für Christen und für das Christentum und Jesus finde das auch interessant aber ist nicht mal eine Sache Reinkarnation und so das gehört auch dazu ok gut dann haben wir tatsächlich drei Stunden gemacht Kirtan machen wir auch ein bisschen ich singe jetzt noch zum Abschluss den Hare Krishna Mantra und bereit schon hier alles dann vor für das Outro oh das habe ich jetzt das habe ich jetzt weggemacht das Outro kann ich vielleicht auch so machen und dann machen wir noch ein bisschen Kirtan also bevor ich mich jetzt verabschiede ja danke euch vielmals fürs Zusehen so zahlreich 120 hatten wir so richtig durchgehend jetzt immer noch fast 100 danke fürs Zusehen bis zum nächsten Mal jeden Sonntag zwischendurch gibt es auch immer wieder ein kleines Video und ja danke fürs Zusehen danke für alles was soll ich sagen Hare Krishna und jetzt singe ich noch ein bisschen den Hare Krishna Mantra und das mache ich eh immer erst am Schluss so dass diejenigen denen es nicht so gefällt noch locker schon mal wegschalten können weil ich bin ja kein Musiker das muss ich ja wirklich dazu sagen aber wir versuchen das ja auch mit mit Bhakti zu singen und dann soll es auch einen Effekt haben in der Hinsicht ja war ein super Thema heute wieder hat mir echt gut gefallen und scheinbar euch auch Hare Krishna und viele wie sagt man alte Gesichter sind auch damit wie sagt man bekannte Gesichter Michael kenne ich persönlich Madira hat sich gerade gemeldet kenne ich persönlich freut mich sehr Freddy ist dabei Tillmann vom Telefonieren auf jeden Fall Torge kenne ich auch vom Gesicht und Telefonieren und falls ich den Namen vergessen habe Sinisha natürlich und so weiter also es ist immer schön auch Bhakti Club Mitglieder wenn sie dabei sind ja echt schön Hare Krishna so und jetzt singen wir noch für Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Hare, Hare 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 Hare, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Hare, Hare 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 Rama, Rama, Are, Are Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Are, Are Hare Rama, Are, Rama Rama, Rama, Are, Are Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Are, Are Hare Rama, Are, Rama Rama, Rama, Are, Are Hare Krishna, Are, Krishna Krishna, Krishna, Are, Are Hare Rama, Are, Rama Rama, Rama, Are, Are Hare Krishna, Are, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So, Chai, das war unser kleiner Kirtan zum Schluss. Danke für alles, wie gesagt. Hare Krishna und jetzt kommt das Outro. Shubha Adi Chai Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020